Willkommen im Wald und willkommen bei Walden. Tag fünf meiner insgesamt zehnteiligen Lesung dieses amerikanischen Klassikers von Henry David Thoreau. Heute also geht der fünfte Teil online. Wer live schaut und das ganze nicht vielleicht Jahre später auf YouTube. Der Teil vier bereitete gestern ein bisschen Schwierigkeiten beim Upload und war nicht gleich online. Also da widersetzte sich Thoreau auch dem Internet. In der Tat gab es ja den Kommentar, fand ich sehr interessant, zum ersten Video gleich. Ja, würde Thoreau heute vielleicht einen Blog über seine Erlebnisse, hier kommt schon Spinnen, über seine Erlebnisse in der Natur im Wald schreiben? Ich sitze ja hier auch im Wald, im Schwarzwald und lese. Also würde er bloggen, wie es ja vielleicht auch Blogs gibt und von seinen Erlebnissen berichten. Gestern aber, nachdem es eben Schwierigkeiten YouTube hat, das Video nicht verarbeitet gab, dachte ich, wahrscheinlich würde sich Thoreau auch diesem Internet eher widersetzen und es blockieren. Wahrscheinlich mal ein Smartphone haben. Man muss sich ja auch klarmachen noch mal, er war 28 Jahre alt, als er für zwei Jahre das Experiment machte und in einer Hütte am Waldrand lebte. So würde ich das jetzt auch mal vorsichtig ein bisschen umschreiben, weil er war nicht in der kompletten Einsamkeit. Das werden wir heute auch hören. 300 Fuß von einer Straße entfernt, er hörte die Eisenbahnlinie. Also er war nicht in der unberührten Natur. Aber er war 28 Jahre alt, als er dieses Experiment machte und für zwei Jahre an den Waldensee zog. Und man muss sich eben auch klarmachen, veröffentlicht wurde der Text ja auch erst neun Jahre später. Also es war kein Tagebuch, was unmittelbar daraus hervorging, sondern er hatte ja durchaus auch noch mal Zeit, all die Dinge zu reflektieren. Und neun Jahre später, da führte er eben auch gar nicht mehr selbst dieses Leben. Da war er wieder in der zivilisierten Gesellschaft. Das schreibt er auch gleich am Anfang. Er übernahm Zeit, weil ich auch die Bleistiftmanufaktur seines Vaters. Also er war dann durchaus wieder auch, was das kommerzielle Leben anbetrifft, dort wieder gelandet. Also er lebte nicht Zeit seines Lebens in dieser Hütte, sondern wirklich nur zwei Jahre. Und über diese Zeit schreibt er, all diese bisherigen vier Teile sind ja online, kann man nachhören. Es gibt also in dem Sinne keine Handlung, die ich jetzt erzählen und erklären muss. Er hat sich sehr über, auch heute noch sehr relevante und immer wieder diskutierte Sachen ausgelassen. Was brauchen wir? Ein einfaches Leben. Simplify your life in gewisser Maßen. Oder Kondo, räume auf, schmeiße alles weg. Also vieles, was wir heute auch wieder lesen. Selbst Rolf Dobelli habe ich rausgehört. Nachrichten und Neuigkeiten brauchen wir eigentlich nicht. Schaden uns eher. Also wenn man so will, sind viele Klassiker des einfachen Lebens, des bewussten Lebens eigentlich in Walden, in Thoreau enthalten. Ja, soweit heute meine Anmerkungen zur Einführung. Heute eine etwas längere Lesung. Drei Abschnitte gibt es zu hören. Es geht um, wie hier im Wald hört man die Vögel, aber es geht um die Töne im Wald. Heute es geht um die Einsamkeit, aber es geht auf der anderen Seite auch um in gewisser Weise die Geselligkeit und Besuche, die er dort an der Hütte empfangen hat. Also hören Sie heute den fünften Teil, gelesen am 22. Mai 2020 hier im Wald von Henry David Thoreau. Walden, das Leben in den Wäldern. Töne. Doch während wir uns auf Bücher beschränken, selbst wenn es die hervorragendsten und die klassischen sind, und während wir nur bestimmte Schriftsprachen lesen, die selbst nur unbeholfene Dialekte sind, laufen wir Gefahr, diejenige Sprache zu vergessen, in welcher alle Dinge und Ereignisse ohne Metapher reden, welche allein erschöpfend und meisterhaft ist. Viel wird veröffentlicht, aber wenig wird gedruckt. An die Strahlen, die durch den Fensterladen fielen, wird niemand mehr denken, wenn der ganze Fensterladen geöffnet ist. Keine Methode, keine Disziplin kann uns über die Notwendigkeit hinweg helfen, immer die Augen offen zu halten. Was ist ein Kursus über Geschichte, Philosophie oder Poesie? Mag er noch so vorzüglich zusammengestellt sein, was ist die beste Gesellschaft und die bewunderungswürdigste Lebenskunst im Vergleich zu jener Fähigkeit, die Dinge zu sehen, die wirklich zu sehen sind? Willst du nur ein Leser, ein Forscher sein oder ein Sehender? Lies dein Schicksal, sieh, was vor dir liegt und wandle hinein in die Zukunft. Im ersten Sommer las ich keine Bücher. Ich hackte meine Bohnen. Ja, oftmals tat ich noch etwas Besseres. Es gab Zeiten, wo ich es nicht über mich gewinnen konnte, die Blüte des Augenblicks irgendeiner Arbeit des Kopfes oder der Hände zu opfern. Ich liebe es, meinem Leben einen weiten Spielraum zu geben. Bisweilen saß ich an einem Sommertage, nachdem ich mein gewohntes Bad genommen hatte, vor meiner Tür im Sonnenschein von Sonnenaufgang bis zur Mittagsstunde, traumverloren zwischen Fichten, Walnuss und Sumachbäumen, in ungestörter Einsamkeit und Stille, während die Vögel ringsum sangen oder geräuschlos durch das Haus flatterten. Und erst, wenn sich die Sonne in dem westlichen Fenster meines Hauses spiegelte oder wenn das Rollen eines Reisewagens von der fernen Landstraße zu mir drang, erinnerte ich mich daran, wie schnell die Stunden verflogen. An solchen Tagen wuchs ich wie der Mais in der Nacht. Sie waren auch weitaus besser, als irgendein Werk meiner Hände hätte sein können. Sie wurden meinem Erdenwald nicht abgeschrieben, sondern zugelegt. Ich verwirklichte das, was die Orientalen unter Beschaulichkeit und Arbeitsentsagung verstehen. Meistens dachte ich gar nicht daran, dass Stunde auf Stunde verrann. Der Tag brach an, als ob er mein Werk beleuchten wolle. Es war Morgen und siehe da, nun ist es Abend und nichts von Bedeutung wurde getan. Statt wie die Vögel zu singen, war ich innerlich heiter über mein dauerndes Glück. Wie der zwitschernde Spatz, der auf dem Walnussbaum vor meinem Hause sitzt, so habe auch ich mein Lachen, mein Trillerlied, das vielleicht aus meinem Nest zu ihm hinüberschallt. Meine Tage waren keine Wochentage, waren nicht nach irgendeiner heidnischen Gottheit benannt. Sie waren nicht in Stunden zerhackt, noch durch das Ticken einer Uhr zerfetzt. Nein, ich lebe für die Püri-Ideaner, die, wie man erzählt, für gestern, heute und morgen nur ein Wort besitzen. Sie modifizieren es dadurch, dass sie für gestern rückwärts, für morgen vorwärts und für heute nach oben deuten. Ich weiß sicher, dass meine lieben Mitbürger darin nur eine unglaubliche Faulheit erblicken. Doch wenn Vögel und Blumen mich mit ihrem Maß gemessen hätten, wäre ich nicht zu leicht befunden. Ein Mensch muss von innen heraus seine Impulse bekommen. Das steht fest. Der Tag an sich ist sehr ruhig und wird ihm kaum seine Trägheit zum Vorwurf machen. Jedenfalls hatte ich vor, der Lebensweise anderer Menschen, die in Vergnügungen, Theater und Gesellschaften aufgehen, mit meiner Lebensweise den Vorzug, dass mein Leben selbst ein Genuss war und nie aufhörte, neu zu sein. Es war ein Schauspiel mit vielen Szenen und ohne Schluss. Würden wir immer versuchen, nach den letzten und besten Regeln, die wir lernten, unser Brot zu verdienen, unser Leben zu verbringen, so würde uns Langeweile sicher niemals plagen. Folge dem Fluge deines Genius unmittelbar und er wird dir getreulich in jeder Stunde neue Perspektiven eröffnen. Hausarbeit war ein willkommener Zeitvertreib. Wenn mein Fußboden schmutzig war, stand ich frühzeitig auf und setzte alle meine Möbel draußen auf das Gras. Bett und Bettstelle trug ich dabei auf einer Schulter. Dann sprengte ich die Dielen mit Wasser, streute weißen Sand aus dem Teiche hinauf und bürstete sie mit dem Besen. Und um die Zeit, wo die Dorfbewohner ihr nächtliches Fasten brachen, hatte die Morgensonne bereits mein Haus so weit getrocknet, dass ich wieder einziehen konnte, ohne dass mein Gedankenflug eine Unterbrechung erlitt. Es machte mir Freude, meine ganze Hauseinrichtung dort draußen auf dem Gras zu sehen, wo sie einen kleinen Haufen bildete, wie das Bündel eines Zigeuners. Daneben stand mein dreibeiniger Tisch inmitten von Fichten und Walnussbäumen, von welchem ich Bücher, Feder und Tinte nicht entfernte. An jedes schien froh, wenn es ins Freie getragen, betrübt, wenn es wieder hineingetragen wurde. Bisweilen kam ich in Versuchung, ein Zeltdach über alles zu spannen und mich darunter niederzulassen. Es lohnte sich schon der Mühe zu beobachten, wie die Sonne auf all diese Dinge schienen, wie der Wind darüber hinstrich. Die vertrauten Gegenstände sahen im Freien viel interessanter aus als im Hause. Ein Vogel sitzt auf dem nächsten Ast. Immergrün wächst unter dem Tisch, Brombeerranken schlingen sich um des Tisches Füße. Tannenzapfen, stachlige Höhlen der Kastanien und Erdbeerblätter sind über dem Boden verstreut. Es hat den Anschein, als ob auf solche Weise diese Formen auf unsere Möbel, Tische, Stühle und Bettstellen übertragen würden, gerade weil sie einst in ihrer Mitte gestanden haben. Mein Haus lag am Abhang eines Hügels, unmittelbar am Rand eines größeren Waldes, inmitten einer jungen Anpflanzung von Harztannen und Walnussbäumen, etwa 30 Schritte vom Teich entfernt, zu dem ein schmaler Fußpfad den Hügel hinunterführte. In meinem Vorgarten wuchsen Erdbeeren, Brombeeren und Immergrün, Beifuß und Goldstab, Zwergeichen und Sandkirschen, Heidelbeeren und Erdnüsse. Gegen Ende Mai schmückte die Sandkirsche Kerasus Pumila die Seiten des Wagens, Weges mit ihren Blüten, die in Dolden zylindrisch um die kurzen Stängel stehen. Im Herbst aber hingen die Stängel durch die großen und schönen Kirschen niedergebogen in Gelanden wie Strahlenbündel an beiden Seiten über den Weg. Ich kostete die Früchte der Aushöflichkeit gegen die Natur. Sie waren indessen nicht wohlschmeckend. Der Sumach, Rus Glabra, wuchs im Überfluss um das Haus herum, arbeitete sie sich durch den Erddamm, den ich aufgeschüttet hatte, und erreichte im ersten Jahr eine Höhe von fünf bis sechs Fuß. Sein breites, gefiedertes, tropisches Blatt bot einen schönen, wenn auch seltsamen Anblick da. Die großen Knospen, die erst spät im Frühling plötzlich aus den trockenen, scheinbar abgestorbenen Stängeln hervorgesprossen, entwickelten sich wie durch Zauberkraft zu anmutigen, grünen, zarten Zweigen von einem Zoll im Durchmesser. Und so sorglos wuchsen sie, so sehr überanstrengten sie ihre schwachen Glieder, dass ich bisweilen, wenn ich an meinem Fenster saß, einen frischen und zarten Ast plötzlich wie einen Fächer zur Erde fallen hörte, während sich kein Lüftchen regte. Sein eigenes Gewicht brach ihn. Im August nahmen die zahllosen Bären, deren Blüten viele wilde Bienen angelockt hatten, allmählich eine helle, sammetartige, kam moisinrote Farbe an. Auch sie bogen und brachen durch ihr Gewicht die zarten Stängel. Während ich jetzt, an diesem Sommernachmittag, an meinem Fenster sitze, kreisen Habichte über meiner Lichtung. Der pfeilschnelle Flug wilder Tauben, die zu Zweien oder Dreien meinen Blick kreuzen oder ruhelos auf den Ästen der Weißtannen hinter meinem Hause auf- und abhüpfen, verleiht der Luft eine Stimme. Ein Fischreier taucht in die spiegelglatte Oberfläche des Sees und bringt einen Fisch in die Höhe. Eine Otter stehlt sich aus dem Sumpf vor meiner Tür hervor und packt einen Frosch am Ufer. Das Schilf beugt sich unter der Last der Rietmeisen und Rohrdommeln, die hinüber und herüberfliegen. Während der letzten halben Stunde habe ich auch das Rollen der Eisenbahnwagen gehört, in welchen die Reisenden von Boston aufs Land fahren. Bald klingt es hinsterbend, bald auflebend wie der Flügelschlag eines Rebhuhns. Ja, ich lebe nicht so weit von aller Welt entfernt wie jener Junge, der, wie mir erzählt wurde, bei einem Farmer im östlichen Teile der Stadt untergebracht wurde, von dort aber bald wieder ausriss und zu Haus ankam, zerlummt und krank vor Heimweh. Nie hatte er einen solch öden, abgelegenen Platz gesehen. Die Leute waren alle von dort fortgezogen. Ja, selbst die Dampfpfeife konnte man dort nicht hören. Ich bezweifle, ob es jetzt noch einen solchen Platz in Massachusetts gibt. Denn jetzt und ist auch unser Dorf ein Ziel für einen jener Wind des schnellen Eisensperre und über unsere Felder stille Einsamkeit, heilsanft der Ruf Concord. Die Fitschberger Bahn berührt den Teich, ungefähr 500 Schritte südlich von meiner Wohnung. Gewöhnlich gehe ich auf dem Eisenbahndamm zum Dorfe. Ich bin somit durch dieses Band gleichsam mit der Zivilisation verbunden. Die Leute auf den Güterzügen, welche die ganze Strecke abfahren, grüßen mich wie einen alten Bekannten. Sie fahren so oft an mir vorbei, dass sie mich augenscheinlich für einen Beamten halten. Und das bin ich auch. Ich selbst würde nur allzu gern auf diesem Erdkreis irgendwo die Geleise ausbessern. Das Pfeifen der Lokomotive durchdringt meine Waldungen im Sommer und im Winter. Es klingt wie der Schrei eines Habicht, der über den Hof einer Farm fliegt. Es gibt mir Kunde, dass viele rastlose Kaufleute von Boston oder unternehmungslustige Geschäftsmänner aus der entgegengesetzten Richtung gleich in unserem Städtchen eintreffen werden. Kommen sie unter dem gleichen Horizont zusammen, dann schreien sie einander, warnen zu, mach Platz. Das kann man bisweilen im Umkreis von zwei Städten hören. Hier kommen deine Kolonialwaren, Land. Hier ist euer Mundvorrat, Landleute. Und noch ist kein Mann auf seiner Farm so unabhängig, dass er solche Anerbietungen von der Hand weisen kann. Und hier ist euer Geld, kreischt die Pfeife des Landmanns. Bauholz rennt mit einer Geschwindigkeit von 20 Meilen pro Stunde auf die Mauern der Stadt zu. Stühle genug können daraus fabriziert werden, dass alle Mühseligen und Beladenen in der Stadt darauf ausruhen könnten. Mit solch imponierender und hölzerner Höflichkeit bietet das Land der Stadt einen Stuhl an. All die indianischen Heidelbeerhügel werden geplündert, all die Preiselbeerwiesen werden in die Stadt geharkt. Gen Norden geht die Baumwolle, gen Süden das gewebte Tuch. Gen Norden geht die Seide, gen Süden der Wollstoff. Hinauf gehen die Bücher, aber der Geist, der in ihnen wohnt, geht bergab. Wenn ich die Lokomotive sehe, die mit ihrem Schweif aus Wagen in planetarischer oder richtiger kometenartiger Bewegung dahin eilt, der Zuschauer weiß nicht, ob sie bei dieser Geschwindigkeit und in dieser Richtung je wieder die gleiche Strecke durchsausen wird, denn ihre Bahn gleicht nicht einer in sich zurückkehrenden Kurve. Ja, wenn ich die Lokomotive sehe und die Dampfwolke, die wie ein Banner in goldenen und silbernen Windungen hinter ihr her flattert, wie eine flaumige Wolke, die ich hoch oben am Himmelszelt ihre Masse dem Licht entfalten sah, wenn ich sehe, wie dieser wandernde Halbgott, dieser Wolkenbezwinger, den Sonnenuntergangshimmel für die Livree seiner Gefolgschaft zu benutzen versuchte und wenn ich höre, wie von den Hügeln das Schnauben des eisernen Rosses aus dessen Nüstern Feuer und Rauchströmen unter dessen Hufen die Erde erdröhnt donnergleich Widerhalt, dann glaube ich, dass die Erde ein Geschlecht trägt, welches würdig ist, sie zu bewohnen. Allerdings weiß ich nicht, welche feuerspeienden Drachen oder welches geflügelte Pferd die Menschen in die neue Mythologie aufnehmen werden. Oh, dass doch alles so wäre, wie es scheint, wenn doch die Elemente nur zu edlen Zwecken den Menschen Sklavendienste zu leisten hätten. Wenn die Wolke, die über der Lokomotive schwebt, die Ausgeburt heroischer Taten oder so wohltuend wäre wie die Himmelswolke, die über des Landmanns Felder zieht, dann würden die Elemente und die Natur selbst mit Freuden die Menschen auf Weg und Steg begleiten und beschützen. Ich beobachte das Vorüberkommen des Morgenzuges mit dem gleichen Gefühl wie den Sonnenaufgang, der kaum regelmäßiger vor sich geht. Die Wolkenschleppe erstreckt sich in weite Ferne, steigt immer höher bis zum Himmel hinan, während der Zug hinab nach Boston fährt. Eine Minute lang ist die Sonne hinter ihr verborgen. Mein entlegener Acker taucht in tiefen Schatten unter. Ein Zug fährt zum Himmelszelt, gegen den der kleine Wagenzug, der an der Erde klebt, nur der Widerhaken des Speeres ist. Der Hüter des eisernen Rosses war früh auf an diesem Wintermorgen. Die Sterne leuchteten noch über den Bergen, als er sein Streitross fütterte und zäumte. Früh wurde auch das Feuer geweckt, um ihm Lebenswärme zu verleihen, um es fortzutreiben. Wäre das Unternehmen doch so unschuldig wie früh? Wenn hoher Schnee liegt, schnallen sie ihm Schneeschuhe an und flügen mit gewaltigem Flug von den Bergen bis zum Meerestrand eine Furche, in welche die Wagen wie nachfolgende Saatmaschinen all die rastlosen Menschen und die beweglichen Waren als Samen über das Land verstreuen. Den ganzen Tag saust das Feuer, fährt durch Wald und Feld. Es hält nur an, damit sein Herr Ruhe finde. Um Mitternacht, wenn es in irgendeiner entlegenen Waldschlucht in den Elementen die Stirn bietet, ringsumgeben von Eis und Schnee, erweckt mich sein Stampfen und sein wildes Schnauben. Erst beim Leuchten des Morgensterns erreicht es seinen Stall und abermals geht's auf die Reise ohne Rast und Ruh. Manchmal höre ich es auch am Abend, wenn es in seinem Stall die übriggebliebene Energie des Tages von sich bläst, damit seine Nerven beruhigt, Leber und Hirn gekühlt werden für einige Stunden eisernen Schlafes. Wäre doch dies Unternehmen so heroisch und rühmenswert, wie es groß angelegt und unermüdlich ist. Durch unwegsame, obwohl nicht weit von menschlichen Wohnungen entfernte Wälder, die einst nur bei Tag der Jäger durchdrang, durch die finsterste Nacht jagen diese hell erleuchteten Salonwagen dahin, ohne dass die schlafenden Bewohner der Städte davon erwachen. In diesem Augenblick hält der Zug an dem hell erleuchteten Bahnhof eines Städtchens oder einer Stadt, wo eine gesellige Menge versammelt ist. Im nächsten Augenblick ist er im unheimlichen Moor und erschreckt Fuchs und Eule. Abfahrt und Ankunft der Züge bilden jetzt die Epochen im Leben des Dorfes. Sie kommen und gehen mit solcher Regelmäßigkeit und so pünktlich ihr Pfeifen kann man so weit hören, dass die Farmer ihre Uhren danach stellen. Sind die Menschen seit Erfindung der Eisenbahn nicht etwas pünktlicher geworden? Sprechen und denken sie nicht schneller auf dem Bahnhof als vor der Posthaltestelle? Etwas Elektrisierendes liegt in der Atmosphäre eines Bahnhofs. Ich bin über die Wunder, die er bewirkt, erstaunt. Einige von meinen Nachbarn, von denen ich bestimmt ein für allemal vorausgesetzt hätte, dass sie eine solch systematisch pünktliche Fahrgelegenheit nach Boston niemals benutzen würden, sind zur Stelle, wenn die Glocke an der Lokomotive ertönt. Etwas, wie die Eisenbahn tun, ist jetzt geradezu sprichwörtlich geworden. Man kann sich übrigens nur freuen, dass man so oft und so nachdrücklich daran erinnert wird, drohenden Gefahren aus dem Wege zu gehen. In diesem Falle gibt es keine Verzögerung durch das Vorlesen der Aufruhrakte durch Schießen über die Köpfe des Pöbels. Wir haben ein Fatum, wir haben eine Atropos geschaffen, die nie von ihrem Wege abwich. Wie gefällt euch der Name für eure Lokomotive? Man hat den Menschen mitgeteilt, dass diese Donnerkeile zu einer bestimmten Stunde und Minute nach verschiedenen Punkten des Kompasses geschleudert werden. Dadurch wird jedoch niemand in seinem Geschäft gestört und die Kinder benutzen ein anderes Gleise, um in die Schule zu gehen. Wir leben dafür umso stetiger. Wir werden auf diese Weise alle zu Söhnen Tells erzogen. Die Luft ist voll unsichtbarer Pfeile. Jeder Pfad ist der Pfad des Schicksals, ausgenommen dein eigener. So bleibe denn in deinem Gleise. Für den Handel spricht sein Unternehmungsgeist und seine Unerschrockenheit. Er faltet nicht die Hände und betet zum Jupiter. Ich sehe diese Menschen Tag für Tag mit mehr oder weniger Mut und Zufriedenheit an ihr Geschäft gehen, in welchem sie mehr leisten, als sie ahnen und vielleicht besser sich betätigen, als sie sich je träumen ließen. Der Heldenmut jener Leute, die einst eine halbe Stunde lang bei Buena Vista in der Front standen, macht auf mich weniger Eindruck, als die beharrliche und freudige Tapferkeit derjenigen, die Winterquartiere im Schneepflug beziehen, die nicht nur den Mut um drei Uhr morgens früh besitzen, den Napoleon für den seltensten hielt, sondern auch den Mut, nicht so früh zu Bett zu gehen, die nur schlafen, wenn der Sturm schläft oder wenn die Sehnen des eisernen Rosses erfroren sind. Heute zum Beispiel, wo ein gewaltiger Schneesturm tobt, der des Menschen Blut erstarren macht, höre ich aus den Hebelwolken ihres erfrorenen Atems heraus den gedämpften Ton der Lokomotivglocke, der verkündet, dass der Zug trotz allem kommt, ohne große Verspätung, dem neuenglischen Nordostschneesturm zum Trotz. Ich sehe sogar die schnee- und reifbedeckten Lokomotivführer über die spitze Kante des dreieckigen Schneepfluges, der allerdings etwas anderes als Marslieb- oder Feldmausnester zerstört, ragen ihre Köpfe empor wie runde Felsblöcke von der Sierra Nevada. Sie scheinen einen Außenplatz in der Schöpfung einzunehmen. Handel treiben heißt, es klingt überraschend, Vertrauen haben, heiter, wachsam, wagemutig und unermüdlich sein. Der Handel benutzt übrigens ganz natürliche Wege, jedenfalls natürlichere als manche fantastische Unternehmungen und sentimentale Experimente zu wandeln pflegen und daher rührt sein einzigartiger Erfolg. Es erfrischt mich, meine Spannkraft wächst, wenn der Güterzug an mir vorüber donnert. Ich rieche die Waren, die ihren Duft auf dem ganzen Wege von Long Wharf bis zum Champlainsee verbreiten. Ich werde an fremde Länder erinnert, an Korallenriffe, an den indischen Ozean, an die Tropen und an die Größe der Erde. Wenn ich Palmblätter sehe, die im nächsten Sommer manche Blondköpfe bedecken, werden Manila-Hanf, Kokosnussschalen, altes Gerümpel, Hanfsäcke, altes Eisen und röstige Nägel, dann fühle ich mich mehr als Weltbürger. Die Wagenladung zerrissener Segel ist lesbarer und interessanter, als wenn sie zu Papier verarbeitet und in gedruckte Bücher verwandelt ist. Wer kann die Geschichte der Stürme, denen sie preisgegeben waren, trefflicher Schildern als diese Risse in den Segeln? Das sind Korrekturbogen, die keiner Korrektur bedürfen. Hier kommt Bauholz aus den Wäldern von Maine, das bei der letzten Überschwemmung nicht in die See hinausgespült wurde, weil so viel fortgeschwemmt und zersplittert wurde, werden tausend Fuß jetzt um vier Dollar höher bezahlt. Tannen, Fichten, Zedernholz, erster, zweiter, dritter, vierter und doch noch vor kurzem von derselben Qualität damals, als es über dem Bären, dem Elendtier und dem Karibu rauschte. Dahinter rollt Kalk aus Thomasten, Prime Wear. Es wird weit in die Berge hineingefahren, bevor man ihn löscht. Die Ballen dort enthalten Lumpen in allen Farben und Qualitäten. Das letzte Schicksal der Kleider. Baumwolle und Leinen sind auf ihre niedrigste Stufe gesunken. Die Muster, die nun nie wieder angepriesen werden, vielleicht nur irgendwo im Wilden Westen. Und die schönsten Erzeugnisse in englischem, französischem oder amerikanischem Kaliko, Kingham, Musseline und so weiter, zusammengesucht aus allen Quartieren des Reichtums und der Armut, werden nun bald zu einfarbigem oder noch schwach getöntem Papier verarbeitet. Und auf dieses werden dann, wer wagt es zu bezweifeln, wahre, auf Tatsachen beruhende Geschichten aus dem wirklichen Leben, aus dem erhabenen und dem gemeinen Leben gedruckt. Dieser geschlossene Güterwagen riecht nach Salzfischen, verbreitet den strengen neuenglischen Handelsgeruch, der mich an die See und an Fischerei erinnert. Wer hat noch nie einen Salzfisch gesehen, der auf diese Welt gegen alles gefeit ist, den nichts verderben kann, mit dem man die Straßen kehren und pflastern und Feuerholz spalten kann, der allem Trotz bietet mit eine Ausdauer, die selbst Heilige neidisch machen könnte, der den Fuhrmann und die Ladung vor Sonne, Wind und Regen schützt, der dann vom Krämer, ein Krämer, ein Konkertatz, an die Türpfosten gehängt wird, zum Zeichen der Geschäftseröffnung, bis schließlich auch der älteste Kunde dieses Herrn nicht mehr bestimmt angeben kann, ob dieses Ding etwas animalisches, vegetabilisches oder mineralisches ist. Wird dieses Ding jedoch in den Topf getan und gekocht, so wird es wieder weiß wie eine Schneeflocke und als Stockfisch beim Mittagessen am Samstag für ausgezeichnet erklärt. Dann folgen spanische Fälle. Die Schweife sitzen noch daran und zeigen noch jenen Erhebungswinkel, den sie einstens hatten, als die Ochsen, die in diesen Fällen steckten, über die Pampas von Spanisch-Südamerika stürmten. Da haben wir einen Typus für alles Widerspenstige und einen kräftigen Beweis dafür, dass alle konstitutionellen Fehler hoffnungslos und unheilbar sind. Ich muss gestehen, dass ich tatsächlich, wenn ich den wahren Charakter eines Menschen kennengelernt habe, nicht zu hoffen wage, irgendwelchen Einfluss zum Guten oder zum Bösen in dieser Welt auf ihn auszuüben. Der Orientale sagt, eines Köters Schwanz kann man erwärmt, gequetscht und mit festen Binden ringsumwickelt werden. Hast du zwölf Jahre lang deine Arbeit darauf verwendet, nimm den Schwanz, nimmt der Schwanz doch wieder seine ursprüngliche Form an. Gegen eine Widerspenstigkeit, wie diese Schwänze sie zeigen, gibt es nur ein einziges wirksames Mittel. Man mache Leim draus. Soviel ich weiß, geschieht das auch meistens. Dann tut sie, was man will, und kleben fest. Hier kommt ein großes Fass Sirup oder Schnaps von John Smith, Cutting Will, Vermont, für einen Krämer in den grünen Bergen. Er bezieht Waren für die Farmer, die nahe bei seiner Waldlichtung wohnen und beugt sich jetzt vielleicht über seinen Ladentisch und denkt über die letzten ausländischen Importe nach und über den Einfluss, den sie auf seine Preise ausüben werden. Dann erzählt er seinen Kunden, was er ihnen heute Morgen schon 20 Mal erzählt hat, dass er mit dem nächsten Zuge beste Ware erhalte. Das steht übrigens auch im Lokalanzeiger für Cutting Will. Während diese Dinge nordwärts eilen, eilen andere gen Süden. Ein zischendes Geräusch trifft mein Ohr. Ich blicke von meiner Buche auf und sehe auf eine mächtige Tanne, die irgendwo im Norden auf einem Hügel gefällt wurde. Sie flog über die grünen Berge und über den Connecticut-Fluss, schießt wie ein Pfeil in zehn Minuten durch das Stadtgebiet und kaum ein anderes Auge sieht sie. Sie geht dahin, um meines Admirals stolzes Schiff als Mast zu dienen, zu zieren. Und horch, da kommt der Viehzug. Vieh auf den Bergen, da sie bei tausend gehen. Schafhürden, Pferdeställe und Kuhställe in der Luft schwebend. Treiber mit ihren Stecken und Hirtenknaben mitten unter ihren Herden. Alles, nur nicht die Weiden am Bergeshang, fährt dahin. Die Blätter, die ein frischer Herbstwind von den Bergen wehte. Die Luft ist erfüllt von dem Blöken der Kälber und Schafe, von dem Brüllen der Ochsen, als ob ein Hirtental vorbeizöge. Wenn der alte Leithammel an der Spitze seine Glocke schüttelt, da hüpften die Berge wie die Lämmer und die Hügel wie die Jungen schärfe. Ein Wagen in der Mitte des Zuges ist mit Treibern angefüllt. Sie unterscheiden sich nicht mehr von den Getriebenen. Ihr Beruf ist jetzt zwecklos. Dennoch klammern sie sich an das Symbol ihres Amtes, an ihren überflüssigen Stecken. Doch wo sind ihre Hunde? Die ganze Herde stob ihnen davon. Sie wurden als unnötig beiseite geschoben. Sie haben die Spur verloren. Ich glaube, ihr Bällen hinter den Peterborough-Hügeln zu hören oder wie sie den Westabhang der grünen Berge hinaufkeuchen. Sie werden nicht dabei sein, wenn ihr Wild verendet. Ihr Beruf ist dahin. Ihre Treue und ihr Spürsinn stehen jetzt unter Pari. Die in Ungnade Gefallenen werden in ihre Hundestelle zurückschleichen oder verwildern und sich zu Fuchs- und Wolfgesellen. Seht, so wird euer pastorales Leben fortgewirbelt. So endet es. Doch da tönt die Zugglocke. Ich muss aus dem Geleise gehen, um die Wagen vorüberzulassen. Was kümmert mich die Eisenbahn, um zu sehen, wo sie endet? Hab ich niemals Zeit verschwendet. Ein paar Gräben füllt sie aus. Am Dammbau entschwalben ihr erdiges Haus. Im Schatten von Bambusgestorch. Die Räder wirbeln den Sand empor. Ich aber schreite über die Gleise wie über einen Waldpfad. Ich will mir weder Augen noch Ohren von ihrem Rauch und Dampf und Zischen verderben lassen. Jetzt sind die Wagen und die rastlose Welt mit ihnen vorüber. Die Fische im Teich hören das Gerumpel nicht mehr. Und ich bin einsamer denn je. Den übrigen langen Nachmittag werden meine Meditationen vielleicht nur noch durch das schwache Gerassel eines Wagens oder eines Karrens auf der fernen Landstraße unterbrochen. Bei günstigem Winde höre ich bisweilen am Sonntag die Glocken von Lincoln, Acton, Bedford oder Concord. Eine weiche Holde und sozusagen natürliche Melodie. Würdig. Hier die Einsamkeit zu durchdringen. In einer genügenden Entfernung jenseits der Wälder erhält diese Melodie einen zitternden, summenden Klang, als ob die Tannennadeln am Horizont die Seiten einer Harfe wären, über die er hinweg schwebt. Jeder Ton, in der größtmöglichen Entfernung gehört, erzeugt genau die gleiche Wirkung. Einen zitternden Klang auf der Lyra des Universums. Gerade wie die Atmosphäre einen in der Ferne liegenden Erdhügel durch den Azurnenhauch, den sie darüber bereitet, unserem Auge anziehend erscheinen lässt. Dann ertönt mir eine Melodie, die von den Lüften ihre Harmonien erhalten und mit allen Blättern und Nadeln des Waldes Zwiesprache gepflogen hatte. Jener Teil eines Klanges, den die Elemente aufgesucht, moduliert und als Echo von Tal zu Tal getragen haben. Das Echo ist in gewissem Grade ein selbstständiger Klang. Und darin liegt sein Zauber und sein Reiz. Es ist nicht nur eine Wiederholung dessen, was vom Glockenklang der Wiederholung wert war, sondern zum Teil die Stimme des Waldes. Zwar sind es die gleichen verbrauchten Worte und Töne, doch werden sie von einer Waldnymfe gesungen. Am Abend erklang das Mohn einer Kuh am Horizont jenseits der Wälder so lieblich und melodisch, dass ich es anfangs fälschlich für die Stimmen einiger Sänger hielt, die mir bisweilen eine Serenade gebracht hatten und jetzt vielleicht über Berg und Tal wanderten. Doch bald wurde ich nicht unangenehm überrascht, als ich bei Wiederholungen fand, dass es sich um die Wohlfeile und natürliche Musik einer Kuh handelte. Wenn ich erwähne, dass der Gesang der Jünglinge mir mit der Musik der Kuh verwandt zu sein schien, so will ich damit nichts Satirisches sagen, sondern nur meine Wertschätzung jener menschlichen Stimmen Ausdruck verleihen. Regelmäßig um eineinhalb, acht Uhr, wenn der Abendzug vorüber gebraust war, sangen während eines Teiles des Sommers die Tagschläfer eine halbe Stunde lang ihr Nachtgebet auf einem Baumstumpf neben meiner Tür oder auf dem Giebel meines Hauses. Sie begannen ihren Gesang mit derselben Pünktlichkeit wie eine Uhr, jeden Abend fünf Minuten nach Sonnenuntergang. Ich hatte eine seltsame Gelegenheit, mit ihrer Lebensweise vertraut zu werden. Bisweilen höre ich vier oder fünf von ihnen in verschiedenen Teilen des Waldes, zufällig alle um einen Takt auseinander und so nahe bei mir, dass ich nicht nur das Glucken nach jedem Ton vernehmen konnte, sondern auch oftmals ein eigenartiges Summen, wie es eine Fliege im Spinnennetz erzeugt, nur verhältnismäßig lauter. Manchmal flog solch ein Tagschläfer im Walde, nur einige Fuß von mir entfernt, immer im Kreise um mich herum, als ob er durch einen Faden mit mir verbunden sei. Ich war dann wahrscheinlich nahe beim Neste mit den Eiern. Diese Vögel sangen bisweilen mit gelegentlichen Unterbrechungen die ganze Nacht hindurch. Trotzdem war ihr Gesang vor oder im Tagesanbruch noch ebenso melodisch wie zuvor. Wenn die anderen Vögel schwiegen, beginnen die Knarreulen ihren Gesang, wie Klageweiber ihr uraltes Huhu, weise mitternächtige Hexen. Ihr jammervolles Angstgeschrei klingt ganz Benjonsonisch, ein englischer Dramatiker und Lyriker. Nicht das muntere Derbe der Poeten ertönt, sondern ernstlich gesprochen ein feierliches Kirchhofslied. Man hört die gegenseitigen Tröstungen eines Liebespaares, das gemeinsam den Tod gesucht hat und das in einem unterirdischen Totenhain sich der Qualen und Wonnen himmlischer Liebe erinnert. Und doch, ich höre ihr Trauerlied gern, die kummervollen Antworten, die am Waldesrand entlang schweben. Bisweilen werde ich dadurch an Musik und Singvögel gemahnt, an eine Musik der Schwermut und der Tränen, an ein unerfülltes Sehnen und Seufzen, das gern im Lied Erlösung finden möchte. Ja, diese Tiere sind die Geister, die Traurigkeit und die melancholischen Gedanken gefallener Seelen, die einst in menschlicher Gestalt nächtlicher Weile auf Erden wandelten und Taten der Finsternis vollführten, jetzt aber ihre Sünden durch Klagelieder und Trinodien auf dem Schauplatz ihrer Verbrechen abbüßen. Die Mannigfaltigkeit und Größe der Natur, die uns allen Obdach gibt, rückt meinem Verständnis näher. Uhu, war ich nie geboren, so jammert eine an dieser Seite des Teiches und kreist mit der Unrast der Verzweiflung zu einem anderen Zweig der grauen Eichen. Wär ich nie geboren, klang eine andere am jenseitigen Ufer im ehrlichen Schmerz zurück. Und geboren, tönt es leise weit her vom Lincolnwald. Auch von der Schreieule wurde mir häufig ein Ständchen gebracht. In der Nähe hätte man es für das melancholischste Lied der Welt halten können, als ob sie hierdurch für alle Ewigkeit in der Sphärenharmonie das Stöhnen eines Sterbenden typisch charakterisieren wollte, eines sterbenden Menschen, in dem zwar noch ein schwacher, armsegeliger Lebensfunk geflackert, der jedoch alle Hoffnung bereits hinter sich ließ und jetzt beim Betreten des dunklen Tales heult wie ein Tier, schluchzt wie ein Mensch. Und dieses Schluchzen wirkt durch eine gewisse gurgelnde Melodie nur umso furchtbarer. Will ich es charakterisieren, beginne ich instinktiv immer mit dem Buchstaben G. Durch ihn wird jener Gemütszustand gekennzeichnet, in dem bereits der Kern eines jeden gesunden und mutigen Gedankens verflüssigt und schleimig entartet ist. Es erinnert mich an das Geheul von Hyänen, Idioten und Wahnsinnigen. Doch jetzt antwortet eine andere aus tiefen Waldesgründen, als solch weiter Ferne klingt ihr Sang melodisch. Sie erweckt tatsächlich meistens nur freundliche Gedankenassoziationen, einerlei, ob man sie bei Tag oder Nacht, im Sommer oder im Winter hört. Ich freue mich, dass es Eulen gibt. Sie mögen das blödsinnige, tolle Heulen für die Menschen besorgen. Es ist ein Klang, der wunderbar zu Sümpfen und Zwielichtwäldern passt, in die des Tages Schein nicht dringt. Er lässt uns eine ungeheure, unentwickelte Welt ahnen, die menschlichem Wissen noch nicht erschlossen ist. Die Eule ist das Symbol der tiefen, dämmernden Nacht, der unbefriedigten Gedanken, die uns alle quälen. Den ganzen Tag schien die Sonne auf die Oberfläche eines wilden Moores, dort, wo die einsame, weiße, flechtenbedeckte Sprossenfichte steht. Kleine Falken ziehen darüber ihre Kreise. Die Schwarzmeise zwitschert zwischen dem Immergrün und Rebhohn und Kaninchen, verstecken sich darunter. Doch nun dämmert ein trüberer, diesem Stück Natur verwandter Tag herauf und eine andere Gattung von Geschöpfen erwacht, um hier vom Willen und Walten der Natur zu künden. Spät am Abend hörte ich das Ferne Rumpeln von Lastwagen, die über Brücken fuhren. Das Geräusch kann man nachts weiterhören als irgendein anderes. Hunde bellen und bisweilen mutt eine trostlose Kuh fern in ihrem Stall. Inzwischen beginnen die Ochsenfrösche, die trotzigen, noch immer nichts bereuenden Geister alter Weinsäufer und Zechgenossen, am ganzen Ufer entlang ihr Trompetenkonzert. Sie versuchen in ihrem stügischen See einen Rundgesang zu singen, die Walden-Nymphe wird mir den Vergleich schon verzeihen. Denn wenn es dort auch keine Wasserpflanzen gibt, Frösche sind da. Und gar zu gern möchten sie die lustigen Regeln ihrer Festgelage von ehedem aufrechterhalten, obwohl ihre Stimmen heiser und feierlich tief geworden sind. Welche Ironie auf ihre Fröhlichkeit. Obwohl der Wein seine Blumen verloren hat und zu einer Flüssigkeit herabgesunken ist, die einem nur den Wanst auftreibt, obwohl auch jene Holdenrauschzustände, die das Erinnern an Vergangenes entsticken, nicht mehr eintreten, sondern nur Gefühle der Sättigung und ödematöse Schwellungen. Der Alterspräside, dessen Kinn auf einem Herzblatt ruht, was seinem Sabbermaul als Serviette dient, tut am nördlichen Ufer einen tiefen Zug vom einst verachteten Wasser und lässt dann den Becher in die Runde gehen mit dem Tronk, Tronk, Tronk und unmittelbar schallt über das Wasser aus irgendeiner fernen Bucht das gleiche Kommando zurück. Der Nächste am Alter und Umfang dringt bis zu seinem Strich hier runter und wenn diese Zeremonie am Ufer entlang die Runde gemacht hat, dann ruft der Zeremonienmeister aufs Neue Tronk und jeder wiederholt das Kommando der Reihe nach bis zum aufgeschwollensten, schwarzhaftesten Schlappwanst, damit nur ja kein Fehler gemacht wird. Und immer wieder aufs Neue kreist der Becher, bis die Sonne den Morgennebel zerstreut. Nur der Patriarch ist auch dann noch nicht in die Tiefe getaucht. Er brüllt noch ab und zu sein Trock und lauscht vergeblich auf eine Antwort. Ich weiß nicht genau, ob ich je im Bereich meiner Waldlichtung einen Hahnenschrei vernahm. Ich dachte sogar darüber nach, ob es nicht der Mühe wert sei, einen jungen Hahn nur seiner musikalischen Eigenschaften wegen als Singvogel zu halten. Der Schrei dieses einst wilden indischen Fasanes ist merkwürdiger als alle anderen Vogelstimmen. Könnten diese Tiere unter unseren Himmelsstrichen in Freiheit leben, das heißt, wären sie nicht Haustiere geworden, so würde ihr Krähen bald zum berühmtesten Ton in unseren Wäldern und mehr bewundert werden als der gellende Schrei der Gänse oder das Keulen und kreischende Eulen. Man denke auch an das Gackern der Hennen, das in den Pausen ertönt, wenn des gnädigen Herrn helltönende Trompete schweigt. Kein Wunder, dass der Mensch diese Vögel seinen Haustieren zugestellt. Von den Eiern und saftigen Schenkeln will ich gar nicht reden. An einem Wintermorgen durch einen Wald zu gehen, wo diese wilden Hähne in großer Anzahl wohnen und auf den Bäumen in ihrem heimatlichen Walde krähen, so hell und durchdringend, dass es meilenweit über die wiederhallende Erde tönt und die leisen Sänge anderer Vögel übertönt. Man stelle sich das einmal vor. Nationen könnten auf diese Weise alarmiert werden. Wer möchte nicht gern früh aufstehen? Früher und früher an jedem folgenden Tag seines Lebens, bis er unaussprechlich gesund, reich und weise würde. Der Gesang dieses fremden Vogels ist durch die Dichte aller Völker zugleich mit den Liedern ihrer heimischen Sänger verherrlicht worden. Jedes Klima sagt dem tapferen Kreiern zu. Er ist einheimischer als die Einheimischen. Seine Lungen sind gesund, seine Gesundheit ist stets gut, seine Stimmung niemals trübe. Selbst der Seemann auf dem Atlantischen oder dem stillen Ozean wird durch seine Stimme erweckt. Doch nie scheuchte sein schriller Schrei den Schlummer von meinen Augen. Ich hielt weder Hund noch Katze, weder Kuh noch Schwein noch Hühner. Man hätte mir sagen können, es fehlt bei dir an heimischen Klängen. Weder ein Butterfass noch ein Spinnrad, weder das Brodeln in Töpfen, das Singen der Teemaschinen noch Kindergeschrei trug dazu, bei traulicher Stimmung zu schaffen. Ein altmodischer Mensch wäre wahnsinnig geworden oder zuvor aus Langeweile gestorben. Auch Ratten in den Wänden gibt es nicht, denn sie wurden ausgehungert oder überhaupt nie angelockt. Nichts als Eichhörnchen auf dem Dach und unter dem Fußboden ein Tagschläfer, auf dem Hausgiebel eine Dohle, die unter dem Fenster schreit, ein Hase oder ein Murmeltier unter dem Hause, eine Knarr- oder Katzenäule dahinter, eine Scharwildgänse oder ein lachender Taucher auf dem Teich und in der Nacht ein bellender Fuchs. Selbst Lerche und Goldamsel, diese zutraulichen Plantagenvögel, kommen nicht auf meine Waldlichtung. Kein Hahn, der kräht, keine Henne, die gackert im Hof, kein Hof. Unumzäunt erstreckt die Natur sich bis an die Türschwelle. Ein junger Wald wächst vor dem Fenster empor. Wilder Sumach und Brombergestrüpp schicken rankende Wurzeln zum Keller hinab. Trotz sich reiben und knarren Pechttannen an den Schindeln, um sich Platz zu erobern. Ihre Wurzeln strecken sie tief unter das Haus, nicht Dachfenster oder Wetterladen, die ein Sturm losriss, dienen als Feuerung, sondern die Zweige der Tanne, die hinter dem Hause abbrachen oder entwurzelte Bäume. Durch den tiefen Schnee führt das Haus. Es gibt kein Pfad zum Vorgartentor. Es gibt kein Tor. Es gibt keinen Vorgarten. Es gibt keinen Pfad zur zivilisierten Welt. Und damit kommen wir jetzt zum nächsten Kapitel, das überschrieben ist mit Einsamkeit. Das ist ein herrlicher Abend. Der ganze Körper ist nur ein Sinn und sorgt den Zücken mit jeder Pore ein. Ich wandle mit gar seltsamer Freiheit in der Natur umher. Ich bin ein Teil von ihr. Wenn ich am steinigen Teichufer in Hemdärmen entlanggehe, obwohl es bewölkt und windig ist und nichts, was meine Aufmerksamkeit besonders erregt, dann fühle ich mich ungewöhnlich stark allen Elementen zugewandt und verwandt. Die Ochsenfrösche Trompeten, um die Nacht anzukünden und der Sang des Tagschläfers wird vom Wellen gekräuselt über das Wasser getragen. Es besteht ein solcher Einklang zwischen mir und jedem zitternden Erlen oder Pappelblatt, das ich kaum zu atmen vermag. Und doch ist mein tiefer Friede wie der des Sees nur gekräuselt, nicht gestört. Diese kleinen Wellen, die der Abendwind erweckt, sind so weit vom Sturm entfernt wie die glatte, spiegelnde Oberfläche des Wassers. Jetzt ist es dunkel geworden. Doch noch weht rauschend der Wind durch den Wald. Noch plätschern die Wellen und ein Geschöpf sinkt des Anderen zur Ruhe. Die Ruhe ist nie vollkommen. Die wilden Tiere rasten nicht, sondern suchen ihre Beute. Fuchs und Skunk und Kaninchen durchstreifen jetzt furchtlos Felder und Wälder. Sie sind die Nachtwächter der Natur, Bindeglieder, welche die Tage Regenlebens miteinander verbinden. Nach Hause zurückgekehrt bemerke ich, dass Besucher da gewesen sind und ihre Karten zurückgelassen haben. Eine Handvoll Blumen, einen Kranz aus Immergrün oder einen Namen, der mit Bleistift auf ein gelbes Walnussblatt oder auf einen Span geschrieben wurde. Leute, die selten in den Wald kommen, nehmen gern ein Stückchen Wald in die Hände, um beim Wandern damit zu spielen. Nachher werfen sie es irgendwo fort, absichtlich oder zufällig. Irgendjemand hat eine Weidenrute abgeschält, einen Ring daraus geformt und ihn auf meinen Tisch gelegt. Entweder an den umgebogenen Zweigen und Grashalmen oder an den Fußspuren konnte ich immer erkennen, ob Besucher während meiner Abwesenheit dagewesen waren. Ja, auch über ihr Geschlecht, ihr Alter und ihren Charakter wurde ich meistens aufgeklärt durch irgendeine unbedeutende zurückgelassene Spur. Durch eine zur Erde gefallene Blume, durch ein Büschel Gras, das man ausgerissen und wieder fortgeworfen hatte, oder durch den noch in der Luft schwebenden Geruch einer Zigarre oder Pfeife. Eine halbe Meile weit bis zur Eisenbahn fand ich solche Spuren. Dass überhaupt ein Wanderer auf der ungefähr 300 Schritte entfernten Landstraße vorbeizog, erfuhr ich häufig nur durch den Duft seiner Pfeife. Meistens ist genügend Raum um uns herum. Unser Horizont stößt niemals dicht an unsere Ellbogen. Das Waldesdickicht ist nicht unmittelbar vor unserer Tür auch nicht der See, sondern ein kleines Stück Natur ist für jeden von uns freigelegt, uns vertraut und angepasst, auf irgendeine Weise von uns erobert und umzäunt. Von der Natur für uns zurückgefordert. Wozu habe ich diese weite mehrere Quadratmeilen großes Waldgebiet zu meinem Privatgebrauch von meinen Mitmenschen erhalten? Mein nächster Nachbar wohnt eine Meile weit entfernt. Im Umkreis von einer halben Meile ist von meinem Wohnort aus kein anderes Haus zu sehen. Nur dann vielleicht, wenn man auf einen Gipfel der Hügel steigt. Mein Horizont ist von Wäldern umrahmt und gehört mir ganz allein. Auf der einen Seite habe ich einen Fernblick auf die Bahn, dort wo sie den Teich berührt. Auf der anderen Seite auf den Zaun, der den Waldweg begrenzt. Im Übrigen ist es hier, wo ich lebe, so einsam wie auf den Prärien. Hier ist gerade so gut Asien oder Afrika wie Neuengland. Ich habe tatsächlich Sonne, Mond und Sterne, eine kleine Welt ganz für mich allein. Nachts kam nie ein Wandersmann an meinem Haus vorüber, nie klopfte einer an meine Tür. Ich hätte so gut der erste wie der letzte Mensch sein können. Nur im Frühjahr trafen nach langer Pause ein paar Menschen aus dem Dorf ein, um Bricken zu fischen. Sie fischten augenscheinlich mehr in dem Waldenteich ihres eigenen Herzens und steckten die Finsternis als Köder an ihre Angelhaken. Nach kurzem Verweilen zogen sie jedoch meistens mit fast leeren Körben ab und überließen die Welt der Finsternis und mir. So wurde der schwarze Kern der Nacht nie durch menschliche Nähe entweit. Ich glaube, die Menschen haben noch immer etwas Angst vor der Dunkelheit, obwohl alle Hexen gehängt und Christentum und Kerzen eingeführt wurden. Meine Erfahrungen haben mich indessen gelehrt, dass der lieblichste und zärtlichste, der unschuldigste und erfrischendste Gesellschafter in irgendeinem natürlichen Gegenstand gefunden werden kann, selbst für den menschenfeindlichsten, melancholischsten Menschen. Wer inmitten der Natur lebt und seine Sinne noch beisammen hat, der kann einer wirklichen, düster, schwarzen Melancholie nicht anheimfallen. Mögen auch noch so oft gewaltige Stürme toben, einem unschuldigen und gesunden Ohr klingen sie stets wie Musik. Erols Harfenmusik. Nichts kann einen einfachen, unerschrockenen Mann zu gemeiner Traurigkeit zwingen. Während ich mich der Freundschaft der Jahreszeiten erfreue, hoffe ich zuversichtlich, dass nichts mir das Leben zur Last machen kann. Der leise Regen, der meine Bohnen wässert und mich heute ans Haus fesselt, ist nicht langweilig oder melancholisch, sondern nutzbringend für mich. Zwar hält er mich ab, meine Bohnen zu hacken, doch bringt er ihnen mehr Vorteil als mein Hacken. Sollte so viel Regen fallen, dass die Saat im Boden fault und die Kartoffeln im niedrig gelegenen Ackerland verderben, so wäre er noch immer eine Wohltat für das Gras an Hügelhängen. Ist er aber für das Gras gut, so ist er auch gut für mich. Wenn ich bisweilen zwischen mir und anderen Menschen Vergleiche anstelle, so kommt es mir vor, als ob die Götter mich mehr begünstigt hätten als sie, weitaus über mein Verdienst. Das weiß ich nur allzu gut. Mir ist, als hätte ich einen Erlaubnisschein, eine Garantie von ihrer Hand, die meine Mitmenschen nicht besitzen, sodass ich mich ganz besonderer Leistung und Fürsorge erfreue. Ich will mir selbst nichts schmeicheln, doch wenn das überhaupt möglich ist, schmeicheln sie mir. Ich habe mich nur einmal einsam oder durch das Bewusstsein der Einsamkeit bedrückt gefühlt. Das geschah, als ich erst einige Wochen im Walde wohnte. Damals war ich eine Stunde lang im Zweifel, ob nicht die unmittelbare Nachbarschaft eines Menschen zu einem friedvoll, heiteren und gesunden Leben erforderlich sei. Damals war mir meine Einsamkeit unangenehm. Ich war mir übrigens zu dieser Zeit einer leichten seelischen Gleichgewichtsstörung wohlbewusst und schien meine Genesung vorauszusehen. Während leise der Regen niederfiel und solche Gedanken mich beherrschten, verspürte ich plötzlich, welch wohltuende und holde Gesellschaft darin die Natur ist, am Fallen der Tropfen. An jedem Klang und Anblick um mein Haus herum, eine unendliche, unerklärliche Freundschaft umfing mich plötzlich wie ein Dunstkreis. Die eingebildeten Vorteile menschlicher Nähe schwanden dahin und nie habe ich wieder an sie gedacht. Jede kleine Tannennadel dehnte sich aus, strömte über von Sympathie und wurde mir Freund. Selbst an Orten, die mir gewöhnlich als wild oder langweilig bezeichnen, fühlte ich deutlich, dass etwas mir Verwandtes in der Nähe sein müsse, dass das mir am meisten Blutsverwandte das Menschlichste für mich nicht im Menschen in einem Dorfbewohner zu suchen sei. Ja, ich glaubte, kein Ort könne mir je wieder fremd erscheinen. Zu früh verzehrt die Traurigen die Trauer, ihr Erdenwallen wert nur kurze Frist, zu schöne Tochter Toskars. Einige meiner angenehmsten Stunden verlebte ich im Frühling oder im Herbst während der langen Regenstürme, die mich sowohl vormittags wie nachmittags ans Haus fesselten, während ich ein beständiges Rauschen und Plätschen mich sanft umschmeichelte. Die früh hereinbrechende Dämmerung leitete einen langen Abend ein, an welchem viele Gedanken Zeit hatten, Wurzel zu fassen und sich zu entfalten. Und wenn dann von Nordosten her die Regenstürme kamen und die Häuser im Dorf so arg bedrängten, dass die Mägde mit Scheuerlappen und Eimer an der Haustür standen, um die Sintflut nicht hereinzulassen, da saß ich hinter meiner Tür in meinem kleinen Hause, das nichts wie Eingang war, und erfreute mich seines Schutzes in aller Ruhe. Während eines heftigen Gewitters schlug einmal der Blitz in eine hohe Tanne und hüllte eine deutlich sichtbare und absolut regelmäßige spiralige Rinne aus, die ungefähr einen Zoll tief und drei Zoll breit vom Wipfel bis zur Wurzel sich erstreckte. Man dachte unwillkürlich an einen ausgekehrten Spazierstock. Erst kürzlich kam ich wieder an dem Baum vorbei. Ich fühlte ein ehrfurchtsvolles Erschauern, als ich beim Hinaufblicken jenes Zeichen erblickte, das von dem fürchterlichen Donnerkeil kündete, der hier vor acht Jahren mit all Gewalt aus heiterem Himmel niederfuhr. Die Menschen sagten mir oft, sie fühlen sich gewiss recht einsam hier und möchten wohl gern, wenn es regnet oder schneit und besonders in der Nacht näher bei ihren Freunden sein. Solchen Leuten möchte ich am liebsten antworten, diese ganze von uns bewohnte Erde ist nur ein Punkt im Raum. Wie weit wohnen ihrer Ansicht nach die beiden entferntesten Bewohner jenes Sternes auseinander, dessen Scheibendurchmesser mit unseren Instrumenten nicht einmal annähernd berechnet werden kann? Warum sollte ich mich einsam fühlen? Befindet sich unser Planet nicht in der Milchstraße? Die Frage, die sie stellen, scheint mir nicht die wichtigste zu sein. Von welcher Art ist der Raum, der den Menschen von seinen Mitmenschen trennt und ihn einsam macht? Ich fand, dass keine Anstrengung der Füße zwei Seelen je einander um vieles näher brachte. In wessen Nähe möchte ich am liebsten wohnen? Sicherlich nicht in der Nähe vieler Menschen, des Bahnhofs, des Postamts, der Gastwirtschaft, des Versammlungshauses, der Schule oder des Gewürzkrämers. Nicht in der Nähe von Beacon Hill oder von Five Points, wo Menschen in Massen zusammenströmen. Nein, es zieht uns hin zum ewigen Quell, von dem, wie alle unsere Weisheit lehrt, unser Leben stammt. So sendete auch der Weidenbaum am Bachesrand ins Wasser seine Wurzeln aus. Verschiedene Individualitäten werden verschieden wählen, doch gerade hier wird ein weiser Mann seine Hütte bauen. Ich überholte eines Abends auf der Waldenstraße einen Bekannten aus dem Dorfe, der, wie man so sagt, sein Schäfchen ins Trockene gebracht hatte. Auf mich machte es allerdings nie einen sauberen Eindruck. Er trieb gerade ein paar Ochsen zur Markte und fragte mich, wie ich mich habe entschließen können, so vielen Annehmlichkeiten des Lebens zu entsagen. Ich gab zur Antwort, dass ich mich halbwegs wohl dabei befinde und durchaus nicht spaße. Ich ging dann heim ins Bett und er tappte seinen Weg durch Finsternis und Schmutz nach Brighton oder Brighttown. Dort wollte er bei Tagesanbruch eintreffen. Hat ein Toter die Hoffnung, einmal wieder aufzuwachen, wieder zum Leben zurückzukehren, so sind ihm Zeit und Ort gleichgültig. Der Ort, an dem dies geschehen könnte, ist immer derselbe und all unseren Sinnen unbeschreiblich angenehm. Meistens gestatten wir nur unbedeutenden und vorübergehenden Ereignissen einen Einfluss auf unseren Lebensgang. Gerade sie sind die Ursache für unsere Verwirrung und Unruhe. Allen Dingen am nächsten steht jene Kraft, der sie ihr Dasein verdanken. In unserer unmittelbaren Nähe werden die gewaltigsten Gesetze ohne Unterlass zur Anwendung gebracht. In unserer unmittelbaren Nähe befindet sich nicht der Arbeiter, den wir dingen, sondern der Arbeiter, dessen Werk wir sind. Wie unerschöpflich groß ist der Einfluss der geheimen Kräfte des Himmels und der Erde. Wir suchen sie zu erblicken und sehen sie nicht. Wir suchen sie zu vermehren und hören sie nicht. Identisch mit der Substanz der Dinge können sie von ihnen nicht getrennt werden. Sie sind es, die die Menschen auf der ganzen Welt veranlassen, ihre Herzen zu reinigen und zu heiligen, sich in Festgewänder zu hüllen, um ihren Vorfahren Opfergaben darzubringen. Sie sind ein Ozean feinster Intelligenzen. Sie sind überall, über uns, zu unserer Linken, zu unserer Rechten. Sie umgeben uns von allen Seiten. Wir werden zu einem Experiment benutzt, das für mich im höchsten Grade interessant ist. Können wir unter diesen Umständen nicht für eine kurze Zeit auf die Gesellschaft von Vettern und Tanten verzichten, uns an unseren eigenen Gedanken erbauen? Konfuzius spricht die Wahrheit, wenn er sagt, die Tugend bleibt nicht wie die verlassene Weise. Sie muss notgedrungen Nachbarn haben. Das Denken ermöglicht uns bei gesunden Sinnen eine Doppelexistenz. Durch eine bewusste Anstrengung unseres Verstandes können wir Handlungen und ihre Folgen gleichsam aus der Perspektive betrachten. Alle Dinge, die Guten wie die Bösen, rauschen wie ein Strom vorbei. Wir sind nicht völlig mit der Natur verschwistert. Ich kann sowohl das Treibholz im Flusse sein, als auch Indra im Himmel, der darauf herniedersieht. Ich kann vielleicht durch ein Schauspiel im Theater ergriffen werden. Andererseits brauche ich nicht unbedingt durch ein reales Ereignis, das mich vielleicht viel näher angeht, ergriffen zu werden. Ich weiß nur, dass ich ein menschliches Wesen, der Schauplatz sozusagen von Gedanken und Leidenschaften bin. Ich bin mir auch einer gewissen Doppelexistenz bewusst, die mir gestattet, mich selbst wie jeden anderen Menschen von Ferne zu betrachten. Wie tiefe Kenntnisse auch immer ich besitze, stets habe ich das Bewusstsein, dass ein Teil in mir lebt, der Kritik übt. Und doch ist das eigentlich kein Teil von mir, sondern gleichsam ein Zuschauer, der selbst ohne Kenntnisse ist, aber von ihnen Notiz nimmt. Und dieser Teil gehört ebenso wenig mir wie dir. Wenn das Schauspiel, vielleicht eine Tragödie des Lebens, vorbei ist, dann geht der Zuschauer seines Wegs. Aus seiner Perspektive erschien es ihm wie eine Art Dichtung, wie ein Werk der Fantasie. Diese Doppelexistenz kann uns manchmal mit leichter Mühe zu erbärmlichen Nachbarn und Freunden machen. Ich halte es für gesund, die meiste Zeit allein zu sein. Gesellschaft selbst mit den Besten wird bald langweilig und zerstreuend. Ich liebe die Einsamkeit. Nie fand ich einen Kameraden kameradschaftlicher als die Einsamkeit. Wir sind meistens einsamer, wenn wir zwischen Menschen umhergehen, als wenn wir in unseren Zimmern bleiben. Ein Mensch ist immer allein, wenn er denkt oder arbeitet, sei es, wo es wolle. Einsamkeit wird nicht nach den Meilensteinen gemessen, die sich zwischen uns und unseren Mitmenschen befinden. Der wirklich fleißige Student, der zu Cambridge in einem der vollgepfropften Bienenstöcke lebt, ist so einsam wie der Dervisch in der Wüste. Der Farmer kann den ganzen Tag auf den Feldern oder in den Wäldern allein Holz hacken oder Bäume fällen und sich doch nicht einsam fühlen, weil er beschäftigt ist. Kommt er aber abends nach Haus, dann mag er nicht allein in seinem Zimmer sitzen, sich der Willkür seiner Gedanken überlassen, sondern es treibt ihn dahin, wo er Leute sehen, sich erholen und sich seiner Ansicht nach für des Tages Einsamkeit entschädigen kann. Und darum wundert es sich, er sich, dass der Gelehrte, ohne Langeweile oder melancholische Anwandlungen zu haben, zu Hause sitzen kann. Er vermag natürlich nicht zu begreifen, dass der Gelehrte, ob schon er zu Hause bleibt, doch bei der Arbeit auf seinem Felde ist, wie ein Farmer Holz hackt in seinem Felde. Dass er für seine Person die gleiche Erholung und Gesellschaft aufsucht, wie der Farmer, wenn auch vielleicht in etwas konzentrierterer Form. Gesellschaft ist meistens zu wohlfeil. Wir treffen uns nach allzu kleinen Pausen wieder und haben darum keine Zeit gehabt, neuen Wert voreinander zu erlangen. Dreimal täglich sitzen wir bei den Mahlzeiten zusammen und einer gibt dem anderen von dem alten, muffigen Käse, der wir sind, zu kosten. Wir mussten uns einer bestimmten Anzahl von Regeln fügen, die wir Etikette oder Höflichkeit nennen, um dies häufige Zusammensein erträglich zu machen, um offene Fäde zu verhüten. Wir treffen einander auf dem Postamt, am Empfangsabenden und am Kamin. Wir leben dicht gedrängt, sind einander im Wege, stolpern übereinander und dadurch verlieren wir, wie mir scheint, etwas den Respekt voreinander. Für jeden wertvollen und herzlichen Verkehr würde ein weniger häufiges Zusammensein genügen. Man denke einmal an Fabrikmädchen. Sie sind nie allein, kaum in ihren Träumen. Es wäre besser, wenn es nur einen Einwohner pro Quadratmeile gäbe, gerade wie dort, wo ich lebe. Den Wert des Menschen macht nicht seine Haut aus. Wir brauchen ihn darum nicht zu berühren. Man hat mir von einem Manne erzählt, der im Walde verirrt vor Hunger und Erschöpfung am Fuß eines Baumes starb. Seine Einsamkeit wurde ihm durch groteske Visionen erleichtert, mit welchen seine durch körperliche Schwäche erkrankte Fantasie ihn von allen Seiten umgab und die er für Wirklichkeit hielt. So können aber auch wir mit unserer körperlichen und geistigen Kraft und Gesundheit beständig durch ähnliche, jedoch normalere und natürlichere Gesellschaft ermuntert werden und zu der Erkenntnis kommen, dass wir nie allein sind. Ich habe viele Gäste in meinem Hause, besonders am Morgen, wenn kein Besuch kommt. Man gestatte mir, einige Vergleiche zu gebrauchen, damit dieser oder jener sich einen Begriff von meiner Lage machen kann. Ich bin nicht einsamer als der Taucher, der dort auf dem Teiche so laut lacht, nicht einsamer als der Walden-Teich selbst. Was für Gesellschaft hat denn diese einsame See? Und doch birgt er keinen Trübsinn, sondern Himmelsheiterkeit in seinen Tiefen, in den Azurfarben seines Wassers. Die Sonne ist allein. Nur bei dicker Luft scheinen oft zwei da zu sein. Doch die eine ist imitiert. Gott ist allein. Doch der Teufel ist sicherlich nicht allein. Der hat gar viele Kameraden. Der ist Legion. Ich bin nicht einsamer als eine einzelne Königskerze, als ein Löwenzahn auf dem Wiesengrund, als ein Bohnenblatt, als Sauerampfer, Pferdefliege oder Hummel. Ich bin nicht einsamer als der Mühlenbach, der Wetterhahn, der Nordstern, der Südwind oder ein April-Schauer. Ein Tautag im Januar. Nicht einsamer als die erste Spinne im Neuen Haus. Gelegentlich bekomme ich an langen Winterabenden, wenn dicht der Schnee fällt und der Wind in den Wäldern heult, Besuch von einem alten Ansiedler, von dem ursprünglichen Besitzer. Man erzählt, er habe den Waldenteich ausgegraben, mit Steinen gepflastert und mit Tannenwaldungen umsäumt. Er erzählt mir Geschichten aus alter Zeit und neuer Ewigkeit. Uns beiden macht es keine Schwierigkeit, einen frohen Abend voll geselliger Heiterkeit und sonniger Lebensanschauung miteinander zu verbringen, obwohl es weder Äpfel noch Apfelwein gibt. Ja, er ist der klügste und lustigste Freund. Ich liebe ihn von Herzen. Er lebt jedoch noch mehr im Verborgenen wie Joff oder Worley. Man glaubt zwar, dass er gestorben ist, doch niemand sah sein Grab. Eine ältere Dame wohnt ebenfalls in meiner Nachbarschaft, unsichtbar für die meisten Menschen. In ihrem duftenden Kräutergarten wandre ich gern umher, sammle bisweilen Kräuter und lausche ihren Märchen. Sie weiß dieselben meisterhaft zu erzählen und hat einen unerschöpflichen Vorrat bereit. Ihr Gedächtnis reicht weiter zurück als Mythologie. Sie kennt das Urbild jeder Sage, weiß, auf welcher Tatsache sie beruht, denn die Ereignisse geschahen allesamt in ihrer Jugendzeit. Eine rotwangige, lustige, alte Dame, der jedes Wetter und jede Jahreszeit behagt und die wahrscheinlich all ihre Kinder überleben wird. Die unbeschreibliche Unschuld und Güte der Natur, Sonne, Wind und Regen, Sommer und Winter gewähren immer da solch gute Gesundheit und solchen Frohsinn. Sie haben so viel Mitgefühl mit dem Menschengeschlecht, dass die Allnatur trauern, der Sonneglanz erbleichen, die Winde wie Menschen seufzen. Die Wolken, Tränen regnen, die Wälder ihre Blätter abwerfen und im Hochsommer Trauer anlegen würden, wenn je ein Mensch wahrhaft Ursache hätte, traurig zu sein. Soll ich nicht mit der Erde im Einvernehmen sein? Bin ich selbst nicht zum Teil Blätter- und Pflanzenerde? Was ist das für eine Arznei, die uns glücklich, heiter und gesund erhält? Nicht die deines oder meines Urgroßvaters, sondern die unsere Urgroßmutter Natur. Ihre Universalheimmittel, durch welches sie sich selbst jung erhielt, durch dessen Kraft sie manchen Hundertjährigen überlebte, um aus seinem morschen Gebein neue Kraft zu sammeln, entströmt Feldern und Wäldern. Statt jener Quacksalbers Tasche mit Mixtur aus dem Acheron oder dem Toten Meere, die man aus den langen, starken, schwer behangenen, schiffartigen Wagen nimmt, welche bisweilen zum Flaschentransport benutzt werden, soll meine Panassee ein Trunk unverdünnter Morgenluft sein. Morgenluft. Wenn die Menschen davon nicht trinken wollen am Urquell des Tages, dann müssen wir auch sie auf Flaschen ziehen und in den Läden verkaufen. Zum Besten derjenigen, die ihre Abonnentenkarte für Morgenluft auf dieser Welt verloren haben. Doch darf man eines nicht vergessen, diese Morgenluft hält sich selbst im kühlsten Keller nicht bis zum Mittag, sondern treibt den Pfropfen von der Flasche und eilt nach Westen, Auroras Spuren folgend. Ich bete nicht zu Hygieia, zur Tochter des alten Kräuterdoktors Esculap. Den Vater findet man ja oft auf Denkmälern abgebildet. In der einen Hand hält er eine Schlange, in der anderen einen Becher, aus dem die Schlange bisweilen trinkt. Ich verehre Hebe. Die Jupiter, den Becher reicht. Die Tochter, der Juno und des wilden Lattich. Sie besaß die Macht, Göttern und Menschen die Jugendkraft zurückzugeben. Sie war wahrscheinlich die einzige tadellose, gesunde und starke junge Dame, die je auf Erden wandelte. Wohin auch immer sie kam, dort war Frühling. Besuch Ich glaube, dass ich Gesellschaft gerade so liebe wie die meisten Menschen. Ich bin gleich zur Stelle, wenn es gilt, mich wie ein Vampir eine Zeit lang an irgendeinem vollblütigen Menschen, der meinen Wegkreuz festzusaugen. Ich bin von Natur aus kein Einsiedler und könnte vielleicht den sesshaftesten Stammgast in der Kneipe an Ausdauer übertreffen, wenn mein Geschäft mich dorthin riefe. Ich habe drei Stühle in meinem Haus. Einen für die Einsamkeit, zwei für die Freundschaft und drei für die Gesellschaft. Wenn unerwartet mehr Besucher kamen, mussten sie sich mit dem dritten Stuhl begnügen. Der Raum wurde dann meistens dadurch gut ausgenutzt, dass sie sich nicht setzten. Es ist erstaunlich, wie viele große Männer und Frauen in einem kleinen Hause Platz haben. Ich sah schon 25 oder 30 Seelen mit ihren Körpern gleichzeitig unter meinem Dache. Und doch hatten wir beim Scheiden oftmals nicht das Gefühl, einander sehr nahe getreten zu sein. Viele unserer Privathäuser und Staatsgebäude scheinen mit ihren fast unzählbaren Zimmern, ihren ungeheuren Hallen und Kellern zum Aufbewahren von Wein und anderer Friedensmunition viel zu groß für die Bewohner. Sie sind so hoch und prächtig, dass die Menschen wie ungeziefer wirken, das darin haust. Und wenn der Herold vor einem der palastähnlichen Häuser Amerikas sein Horn bläst, dann sehe ich mit Erstaunen als einzigen Bewohner eine lächerliche Maus daraus hervorkriechen, die über die Piazza läuft, um nach kurzer Frist schon wieder in irgendein Loch des Straßenpflasters zu schlüpfen. Eine Unbequemlichkeit machte sich allerdings bisweilen in meinem kleinen Haus bemerkbar, die Schwierigkeit, in eine genügende Entfernung von einem Gaste zu gelangen, sobald wir begannen, große Gedanken mit großen Worten zu verkünden. Man muss Raum für seine Gedanken haben, damit sie die offene See gewinnen und einige Male lavieren können, bevor sie den Kurs auf den Hafen nehmen. Die Kugel deines Gedankens muss erst ihre seitliche und die Prallbewegung überwunden und ihre endgültige gleichmäßige Flugbahn angenommen haben, bevor sie das Ohr des Hörers erreicht, sonst nimmt sie womöglich den Weg durch seinen Kopf von einem Ohr zum anderen. Auch unsere Urteile brauchen Zeit, um sich zu entfalten, um allmählich ihre Kolonnen zu formieren. Individuen wie Nationen müssen angemessene, weitreichende natürliche Grenzen haben, ein beträchtliches, neutrales Gebiet muss zwischen ihnen liegen. Es gewährt mir einen hochgradigen Genuss, wenn ich mich über die Wasserfläche hin mit einem Bekannten am anderen Ufer des Teiches unterhalten kann. In meinem Hause waren wir so nahe beieinander, dass wir gar nicht anfangen konnten zu hören. Wir konnten nicht leise genug sprechen, um gehört zu werden. Wenn man zwei Steine nahe beieinander ins Wasser wirft, so stört bekanntlich auch ein Wellenkreis den anderen. Sind wir laute Schwätzer, dann allerdings vertragen wir es schon, so nahe beisammen zu stehen, dass einer des anderen Atem spürt. Sind wir aber zurückhaltend und gedankenvoll, dann möchten wir gern weiter voneinander getrennt sein, damit alle animale Wärme und Feuchtigkeit Gelegenheit hat, sich zu verflüchtigen. Wenn wir die intimste Gesellschaft genießen, durch welche gerade das in unserer Seele erweckt wird, was außer oder über uns ist, so müssen wir nicht nur im Schweigen verharren, sondern auch körperlich so weit voneinander entfernt sein, dass der eine auf keinen Fall die Stimme des anderen hören kann. Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet ist das Gespräch zur Bequemlichkeit der Schwerhörigen da. Es gibt aber viele vortreffliche Dinge, über welche wir nicht reden können, wenn wir schreien müssten. Sobald die Unterhaltung einen stolzeren, erhabeneren Ton annahm, schoben wir unsere Stühle weiter auseinander, bis sie die zwei entgegengesetzten Ecken der Wand berührten. Doch auch dann war gewöhnlich nicht genug Platz da. Meine beste Stube, mein bester Salon, der stets für Besuch hergerichtet war und auf dessen Teppich selten Sonnenstrahlen fielen, war der Fichtenwald hinter meinem Hause. Kamen an Sommertagen vornehme Gäste, so führte ich sie dorthin und ein unschätzbarer Dienstbote fegte den Boden, stäubte die Möbel ab und gab auf alles wohl acht. Wenn ein einzelner Gast kam, so nahm er manchmal an meinem fugalen Male teil. Wenn ich dann aus Mehl und Milch einen Pudding anrührte und nebenbei das Aufgehen und Garwerden des Brotes in der Asche beaufsichtigte, so erlitt dadurch die Unterhaltung keine Unterbrechung. Wenn aber zwanzig kamen und sich im Kreise niederließen, so wurde vom Mittagessen nichts erwähnt. Und obwohl Brot genug für vielleicht zwei Personen vorhanden war, so stellte man sich so, als ob das Essen eine altmodische Gewohnheit sei. Wir übten Enthaltsamkeit, als sei sie etwas Selbstverständliches. Und darin sah niemand einen Verstoß gegen die Gastfreundschaft. Im Gegenteil, solche Handlungsweise galt als schicklich und rücksichtsvoll. Was an Körperkraft fortwährend verbraucht wird und zerfällt und so oft wieder ersetzt werden muss, schien wunderbarerweise in diesem Falle erhalten zu bleiben. Die Lebenskraft hielt tapfer Stand. Deshalb konnte ich ebenso gut tausend bewirten wie zwölf. Und wie je einer enttäuscht oder hungrig von meinem Hause fortging, trotz der mich zu Hause gewesen war, so kann er sich darauf verlassen, dass ich zum wenigsten mit ihm sympathisierte. So leicht ist es, obwohl viele Hausfrauen es bezweifeln, neue und bessere Sitten an die Stelle der alten zu setzen. Man braucht seinen Ruf nicht auf die Diners zu gründen, die man gibt. Ich persönlich wurde nie von irgendeinem Cerberus so sehr vom Besuch meinen Mitmenschen abgeschreckt, als durch die Komödie, die man machte, um mich zu speisen. Ich sah in Folge dessen in ihr einen sehr höflichen Wink von hinten herum, die lieben Leute nie wieder in Unkosten zu stürzen. Solche Szenen werde ich nie wieder aufsuchen. Davon bin ich überzeugt. Ich würde stolz sein, wenn über meiner Hütte als Motto jene Zeilen von Spencer, ein englischer Dichter, von Spencer stünden, die einst einer meiner Besucher auf seiner Visitenkarte auf einem gelben Walnussblatt zurückließ. Dort angekommen füllen sie die kleine Hütte und fordern weder Speis noch Trunk, das wäre vergeblich. Zum Labsaal wird die Ruhe, alles steht zu Diensten. Völlig zufrieden sein kann nur der beste Mensch. Winslow, der spätere Präsident der Plymouth-Kolonie, wanderte einst mit einem Gefährten zu Fuß durch die Wälder um Massasoit, einen Höflichkeitsbesuch abzustatten. Hungrig und durstig kamen sie zum Wigwam des Königs, der sie freundlich empfing. An jenem Tage war jedoch von irgendeiner Mahlzeit nicht die Rede. Als die Nacht hereinbrach, ich will mit ihren eigenen Worten fortfahren, wies er uns einen Platz in seinem Bett neben sich und seinem Weibe an. Sie lagen an dem einen, wir am anderen Ende. Das Lager bestand aus einem etwa einen Fuß über dem Erdboden befindlichen Brett. Eine dünne Matte diente als Zweck. Zwei andere Häuptlinge drückten sich neben uns und auf uns, um überhaupt Platz zu finden. Auf diese Weise ermattete uns unser Quartier mehr als unsere Reise. Um ein Uhr am nächsten Tag brachte Massasoit zwei Fische, die er geschossen hatte, ungefähr dreimal so groß wie ein Brassen. Als diese gekocht waren, hofften nicht weniger als 40 Personen auf einen Bissen. Die meisten bekamen etwas davon. Dies war die einzige Mahlzeit, die wir im Verlauf von zwei Nächten und einem Tag einnahmen. Hätte nicht einer von uns ein Rebhuhn gekauft, so hätten wir die Reise fastend gemacht. Da die Reisenden befürchteten, aus Mangel an Nahrung und auch an Schlaf wahnsinnig zu werden, an Schlaf war nicht zu denken, weil die Wilden sich mit einem unmenschlichen Gebrüll in Schlaf sangen, zogen sie es vor, die schwachen, noch vorhandenen Kräfte zum Heimweg zu benutzen und reisten ab. Allerdings, das Quartier war jämmerlich gewesen, obwohl gerade das, was sie als Unbequemlichkeit empfanden, zweifellos eine Ehrung für sie sein sollte. Was aber die Mahlzeiten anbetrifft, ja, da konnten die Indianer meiner Ansicht nach kein besseres Verfahren einschlagen. Sie selbst hatten nichts zu essen und waren zu verständig, um anzunehmen, dass Entschuldigungen ihren Gästen als Ersatz für Speisen dienen könnten. Drum schnallten sie ihre Gürtel enger und verloren kein Wort darüber. Als Winslow sie späterhin zum zweiten Mal besuchte, war eine Zeit des Überflusses. Da hatte er auch in dieser Beziehung keinen Grund, sich zu beklagen. An Menschen wird es einem fast nirgends fehlen. Ich hatte mehr Besucher, während ich in den Wäldern lebte, als zu irgendeiner anderen Zeit meines Lebens. Das heißt, ich hatte einige. Ich traf mit manchen Leuten unter günstigeren Umständen als irgendwo sonst zusammen. Die Anzahl derer, die mit alltäglichen Anliegen zu mir kamen, war geringer. In dieser Hinsicht wurde meine Gesellschaft schon durch die Entfernung von der Stadt durchgesiebt. Ich war so weit auf den großen Ozean der Einsamkeit, in den die Ströme der Gesellschaft münden, hinausgefahren, dass meistenteils, insofern meine Ansprüche eine Rolle spielten, nur das feinste Sediment um mich herum sich absetzte. Außerdem wurden mir Beweise von weit entlegenen, unerforschten und unkultivierten Erdteilen zugetragen. Wer kommt da heute Morgen zu meiner Hütte? Ein wahrhaft homerischer oder phalagonischer Mann. Phalagonischer Mann. Er hatte einen so passenden und poetischen Namen, dass ich denselben hier zu meinem großen Bedauern nicht drucken lassen kann. Ein Kanadier, ein Holzfäller und Pfostenmacher, der fünfzig Pfosten an einem Tage anfertigen konnte und dessen letztes Abendbrot aus einem Murmeltier Bestand, das ein Hund erlegt hatte. Auch er hatte von Homer gehört. Und wenn es keine Bücher gäbe, so wüsste er nicht, was er an Regentagen anfangen solle. Er hatte vielleicht nicht ein einziges Buch in vielen regnerischen Wochen durchgelesen. Irgendein Priester der fernen heimatlichen Gemeinde, ein Priester, der sogar griechisch aussprechen konnte, hatte ihn gelehrt, Verse im Alten Testament zu lesen. Und jetzt muss ich ihm, während er das Buch hält, die Stelle übersetzen, wo Achilles den Patroklos wegen seiner betrübten Mine tadelt. Warum also geweint, Patroklos, gleich eine Mäktlein? Hast du etwa allein Botschaft aus Pythia vernommen? Siehe, noch lebt, wie sie sagen, Monielius, Sprössling des Aktor. Auch noch lebt in dem Volk der earkidische Peleus. Welche Zween wir am meisten betrauerten, wenn sie gestorben. Darauf sagte er, das ist gut. Er hatte ein großes Bündel Weißeichenrinde unter dem Arm. Er sammelte sie heute am Sonntagmorgen für einen kranken Mann. Ich glaube, es ist nichts Böses dabei, wenn man so etwas am Sonntag tut, sagt er. Für ihn war Homer ein großer Schriftsteller, obwohl er nicht wusste, über was Homer geschrieben hatte. Einen einfacheren, natürlicheren Menschen wird man wohl schwerlich finden. Laster und Krankheit, durch welche auf die Welt ein düsterer Schatten geworfen wird, schienen für ihn kaum zu existieren. Er war ungefähr 28 Jahre alt, hatte Kanada und sein Vaterhaus vor ungefähr zwölf Jahren verlassen, um in den Vereinigten Staaten zu arbeiten, Geld zu verdienen und sich späterhin vielleicht in seiner Heimat eine Farm kaufen zu können. Er war aus grobem Holz geschnitzt, hatte einen stämmigen, schwerfälligen Körper, den er jedoch ganz anmutig zu bewegen wusste, einen starken, sonnenverbrannten Nacken, dunkles, buschiges Haar und trübe, schläfrige blaue Augen, die bisweilen in der Erregung aufleuchteten. Er trug eine eng anliegende, graue Tuchmütze, einen schmutzigen, wolligen Überrock und Stiefeln aus Rindsleder. Er war ein starker Fleischesser. Gewöhnlich trug er sein Essen in einem Zinneimer nach seinem einigen Meilen von meinem Hause entfernten Arbeitsplatz. Dort fällte er während des ganzen Sommers Holz. Er aß kaltes Fleisch, obwohl ein kaltes Murmeltier und trank dazu Kaffee. Ein Steinkrug, der an einem Bindfaden von seinem Gürtel herniederbaumelte, war damit angefüllt. Manchmal bot er mir einen Schluck davon an. Früher Morgen kam er quer über mein Bohnenfeld dahergeschlendert. Er ging nicht hastig und unruhig zur Arbeit wie die Yankees. Nur keine Überstürzung, schien er zu denken. Ihm genügte es, wenn er nur seinen Lebensunterhalt verdiente. Nicht selten, wenn sein Hund auf der Wanderung ein Murmeltier erlegt hatte, pflegte er sein Mittagessen im Gebüsch stehen zu lassen. Er ging dann anderthalb Meilen zurück, um die Beute herzurichten und im Keller seines Hauses aufzuheben, nachdem er sich eine halbe Stunde lang überlegt hatte, ob er sie nicht bis zum Abend getrost in den Teich versenken könne. Solchen Erwägungen hing er mit Vorliebe nach. Er pflegte auch im Vorübergehen morgens früh zu sagen, wie eng beieinander die Tauben heute wieder fliegen. Wenn ich nicht alle Tage Tagelöhner von Beruf wäre, könnte ich mir alles Fleisch, das ich brauche, durch die Jagd verschaffen. Tauben, Murmeltiere, Kaninchen, Rebhühner, Herrgott im Himmel, ich könnte alles, was ich für die ganze Woche nötig habe, an einem Tage mir verschaffen. Er war ein geschickter Holzhauer und liebte es, in seiner Kunst Schnörkel und Ornamente anzubringen. Er fällte seine Bäume in horizontaler Linie dicht über dem Erdboden, damit nachwachsende Triebe kräftiger würden, damit auch die Schlitten ungehindert über die Sümpfe gleiten könnten. Anstatt einen ganzen Baum als Stütze für sein aufgeschichtetes Holz unberührt zu lassen, hackte er so viel von ihm ab, dass nur ein schlanker Stab oder ein Splitter stehen blieb, den man schließlich mit der Hand abbrechen konnte. Er interessierte mich, weil er so still und einsam und doch so glücklich war. Eine Quelle des guten Humors und der Zufriedenheit strömte aus seinen Augen. Sein Frohsinn war ungetrübt. Bisweilen besuchte ich ihn im Walde bei der Arbeit beim Baumfällen. Er empfing mich dann mit einem Lachen voll unaussprechlicher Befriedigung und mit einem Gruß in kanadischem Französisch, obwohl er ebenso gut Englisch sprach. Wenn er mich herankommen sah, hielt er mit der Arbeit inne und streckte sich mit halb unterdrückter Fröhlichkeit der Länge nach an einem Fichtenstamm, den er gefällt hatte, nieder. Dann schälte er sich ein Stück der inneren Baumborke ab, rollte es zu einer Kugel zusammen und begann es unter Lachen und Schwatzen zu kauen. Er besaß eine solche Überfülle an animalischer Lebenskraft, dass er sich manchmal, wenn ihn irgendetwas zum Nachdenken reizte und ihm gefiel, auf die Erde warf und sich lachend auf ihr herumwälzte. Wenn er rund um die Bäume betrachtete, schrie er, zum Kuckuck, ich habe genug Spaß an meiner Holzhauerei, ich will keine bessere Beschäftigung. Bisweilen hatte er keine Arbeit, dann vergnügte er sich den ganzen Tag lang in den Wäldern mit seiner Taschenpistole. Er schoss für sich selbst beim Herumwandern in regelmäßigen Zwischenräumen Salut. Im Winter machte er ein Feuer an, über welchem er mittags seinen Kaffee in einem Kessel wärmte. Und wenn er auf einem Baumstumpf saß, um sein Mittagsbrot zu verzehren, dann kamen bisweilen Schwarzmeisen angeflogen, hüpften auf seinen Arm und pickten in die Kartoffel, die er zwischen den Fingern hielt. Er aber pflegte dann zu sagen, ich hab's gern, wenn die kleinen Kerle da um mich sind. In ihm war hauptsächlich der animalische Mensch entwickelt. An physischer Ausdauer und Genügsamkeit war er der Fichte und dem Felsen verwandt. Ich fragte ihn einmal, ob er nicht bisweilen abends nach solch harten Tagesarbeit müde sei. Er antwortete mit einem offenen und ernsten Blick. Potzappament, ich war nie in meinem ganzen Leben müde. Der Intellektuelle und der geistige Mensch in ihm lagen im Schlummer wie bei meinem Kindchen. Er war nur auf Entschuldigung, da fehlen abführende Anführungszeichen. Potzappament, ich war nie in meinem ganzen Leben müde. Der Intellektuelle und der geistige Mensch in ihm lagen im Schlummer wie bei einem Kindchen. Er war nur auf jene unschuldige und unwirksame Weise unterrichtet worden, in welcher der katholische Priester die Eingeborenen belehrt und durch welche der Schüler nie zu einem bestimmten Grad von Bewusstsein, sondern nur zu einem bestimmten Grad von Vertrauen und Ehrfurcht erzogen sind, durch welche auch das Kind nie zum Mann gemacht wird, sondern Kind bleibt. Als die Natur ihn schuf, gab sie ihm einen kräftigen Körper und Zufriedenheit für seinen Lebensweg mit und stützte ihn an beiden Seiten mit Ehrfurcht und Vertrauen, damit er seine siebenzig Jahre verbringen möge wie ein Kind. Er war so urwüchsig und harmlos, dass es seinem Nachbar gerade so schwer wurde, mit ihm näher bekannt zu werden, wie mit einem Murmeltier. Er musste ihn enträtseln, gerade so mühsam wie ich. Er wollte keine Rolle spielen. Die Menschen gaben ihm seinen Arbeitslohn und verhalfen ihm auf diese Weise zu Kleidung und Nahrung. Aber Ansichten tauschte er nie mit ihnen aus. Er war so einfach und demütig von Natur aus, wenn der demütig genannt werden kann, der nie etwas erstrebte, dass die Demut keine auffallende Eigenschaft an ihm war. Auch kam sie ihm selbst nicht zum Bewusstsein. Klügere Menschen waren für ihn Halbgötter. Wenn man ihm erzählte, dass solch einer kommen würde, gab er deutlich zu verstehen, dass so etwas Gewaltiges nichts mit ihm gemeinsam haben würde, sondern alle Verantwortlichkeit auf sich selbst laden und ihn der Vergessenheit wie bislang überlassen müsse. Er hörte nie ein lobendes Wort. Schriftsteller und Priester wurden hauptsächlich von ihm verehrt. Ihre Taten waren Wunder. Als ich ihm mitteilte, dass ich ziemlich viel schreibe, glaubte er lange Zeit, ich meine das Schreiben mit der Hand. Er schrieb selbst eine halbwegs gute Handschrift. Manchmal fand ich den Namen seiner heimatlichen Gemeinde mit dem Akzent auf der richtigen Silbe, schön in den Schnee am Wegesrand geschrieben. Ich wusste dann, er war vorübergekommen. Ich fragte ihn, ob er je gewünscht habe, seine Gedanken niederzuschreiben. Er gab zur Antwort, dass er Briefe für diejenigen, die dazu nicht imstande waren, gelesen und geschrieben habe. Indessen Gedanken zu schreiben, habe er nie versucht. Nein, das könne er nicht. Er wisse auch nicht, wie er anfangen solle. Es würde ihn umbringen und dann müsse man doch auch zu gleicher Zeit auf das Buchstabieren Acht geben. Ich war dabei, als ein hervorragend begabter Mensch und Reformer ihn fragte, ob er sich die Welt nicht anders wünsche. Er antwortete in seinem kanadischen Akzent aus vollem Halse lachend und ohne zu wissen, dass diese Frage je vorher gestellt worden war. Nein, ich bin mit ihr ganz zufrieden. Die Unterhaltung mit ihm konnte in einem Philosophen manchen Gedankengang anregen. Ein Fremder konnte glauben, er wisse nichts von den Dingen im Allgemeinen. Ich aber sah bisweilen in ihm einen Menschen, den ich nie zuvor gesehen hatte. Und ich wusste nicht, ob er so weise wie Shakespeare oder so harmlos dumm wie ein Kind sei. Ob ich ihn für zart oder poetisch empfindend oder für ein beschränktes Wesen halten sollte. Ein Dorfbewohner sagte mir, er habe den Kanadier einst gesehen, als dieser vor sich hin pfeifend durch das Dorf geschlendert sei. Da habe er auf ihn den Eindruck eines verkleideten Prinzen gemacht. Seine einzigen Bücher waren ein Almanach und eine Arithmetik. Das Rechenbuch kannte er ganz genau. Der Almanach war eine Art Konversationslexikon für ihn. Er glaubte, darin wären die Grundbegriffe des gesamten menschlichen Wissens enthalten. In gewissem Sinne ist das ja auch der Fall. Ich suchte mit Vorliebe, seine Ansicht über die verschiedenen Reformen der Gegenwart zu erfahren. Immer betrachtete er sie vom einfachsten und praktischen Standpunkte aus. Er hatte bislang nichts davon gehört. Ob er ohne Fabriken sich behelfen könne, fragte ich ihn. Er habe einen hausgesponnenen grauen Vermont-Anzug, war die Antwort. Und der sei gut. Ob er Tee oder Kaffee entbehren könne und ob dies Land doch andere Getränke als Wasser liefere. Er habe die Nadeln der Hemlocks-Tanne in Wasser eingeweicht, den Abguss getrunken und gefunden, dass er an heißen Tagen zuträglicher sei als Wasser. Als ich ihn fragte, ob er ohne Geld sich behelfen könne, wies er die praktische Bedeutung des Geldes in einer Weise nach, die sich mit durchaus philosophischen Aufsätzen über den Ursprung dieser Einrichtung deckte. Und sogar die Herkunft des Wortes Pekunia erklärte. Wenn er einen Ochsen besäße und Nadel und Zwirn in einem Laden einkaufen wolle, so würde es gar bald unbequem und unmöglich werden, jedes Mal einen Teil des Tieres zu verpfänden. Er konnte manche Einrichtungen besser verteidigen als ein Philosoph. Denn wenn er beschrieb, wie sie ihm erschienen, gab er den wahren Grund ihrer Berechtigung an. Durch Nachdenken war ihm kein anderer eingefallen. Ein anderes Mal erzählte man ihm, Plato habe den Menschen als ein zweibeiniges Tier ohne Federn definiert und infolgedessen habe irgendjemand einen Hahn gerupft und ihn als den Menschen Platos herumgezeigt. Da erwiderte er, meiner Ansicht nach liegt aber ein wichtiger Unterschied darin, dass die Knie sich nach der verkehrten Seite biegen. Manchmal rief er laut, wie gern unterhalte ich mich zum Kuckuck, ich könnte mich den ganzen Tag lang unterhalten. Gelegentlich fragte ich ihn, als ich ihn während vieler Monate nicht gesehen hatte, ob ihm im Lauf des Sommers ein neuer Gedanke gekommen sei. Du lieber Gott, antwortete er, wenn ein Mensch, der arbeiten muss wie ich, seine alten Gedanken nicht vergisst, soll er zufrieden sein. Wenn der Mensch, mit dem man zusammen Unkraut hackt, mit einem um die Wette arbeiten will, ja dann, sapperment, muss man seine Gedanken zusammenhalten, dann muss man dem an das Unkraut denken. Bei solchen Anlässen fragte er mich bisweilen zuerst, ob ich irgendwelche Fortschritte gemacht habe. An einem Wintertage stellte ich ihm die Frage, ob er immer mit sich selbst zufrieden gewesen sei. Ich wünschte ihn darauf hinzuleiten, für den Priester dieser Welt einen Ersatz in seiner Innenwelt und einen höheren Lebenszweck zu suchen. Zufrieden, rief er aus. Der eine ist zufrieden, wenn er das tägliche Brot hat und nun den ganzen Tag da sitzen kann mit dem Rücken nach dem Feuer und mit dem Dickwanst gegen den Tisch zum Kuckuck. Es gelang mir übrigens auf keine Weise, ihn zu einer geistigen Auffassung der Außenwelt zu veranlassen. Der Höhepunkt seines Begriffsvermögens war ein oberflächliches, instinktives Gefühl, wie es auch das Tier aufweist. Das gilt in Wahrheit von den meisten Menschen. Wenn ich ihm irgendeine Verbesserung für seine Lebensführung vorschlug, antwortete er mir, ohne irgendwelches Bedauern, dass es zu spät sei. Er glaubte indessen durchaus an Ehrlichkeit und ähnliche Tugenden. Er besaß bis zu einem gewissen Grade eine positive, wenn auch geringe Originalität. Und gelegentlich beobachtete ich, dass er selbstständig dachte und seiner eigenen Meinung Ausdruck verlieh. Das ist immerhin ein so seltenes Phänomen, dass ich zu jeder Zeit zehn Meilen weit gehen würde, um so etwas zu erleben. Er ließ sich über die vollkommenen Neugestaltung vieler gesellschaftlicher Institutionen aus, obwohl alles nur zögernd herauskam, obwohl er sich vielleicht nicht einmal klar ausdrückte. Ein verständiger Gedanke bildete stets die Basis. Doch sein Denken war so urwüchsig und in das animalische Leben verwoben, dass es, obwohl es vielversprechender war als das eines bloß gelehrten Mannes, selten Früchte zeitigte, die des Pflügens wert waren. Er gemahnte daran, dass in den niedrigsten Lebensstellungen geniale Menschen sich befinden mögen, die einerlei wie bescheiden und unkultiviert die Zeit ihres Lebens bleiben, stets ihre eigene Ansicht haben oder vorgeben überhaupt nichts zu verstehen. Mögen sie auch unbekannt und zerlummt sein, sie sind so tief wie der Wordenteich, dessen Tiefe man nur ahnen kann. Mancher Reisende machte einen Umweg, um mich und das Innere meines Hauses zu sehen. Die Bitte um ein Glas Wasser diente als Vorwand. Ich teilte solchen Leuten mit, dass ich selbst aus dem Teich zu trinken pflege, wies sie dorthin und bot ihnen leihweise meinen Schöpfer an. Obgleich ich im Verborgenen wohne, blieb ich von den jährlichen Besuchen nicht verschont, die, so viel ich weiß, ungefähr um den ersten April stattfinden, wo jedermann ausfliegt. Im Großen und Ganzen war ich hierin allerdings vom Glück begünstigt, wenn auch einige merkwürdige Exemplare unter meinen Gästen sich befanden. Närrische Leute aus dem Armenhaus und Gott weiß, woher machten mir eine Aufwartung. Ich gab mir Mühe, dass sie den noch vorhandenen Verstand anwendeten und mir beichteten. Da in solchen Fällen der Verstand das Gesprächsthema bildete, wurde ich belohnt. Ja, ich fand, dass einige von ihnen verständiger waren als die sogenannten armen Aufseher und Stadträte und hielt es für angezeigt, dass der Spieß gewendet würde. In Bezug auf den Verstand machte ich die Erfahrung, dass kein großer Unterschied besteht zwischen denen, die ihn ganz und denen, die ihn halb besitzen. So besuchte mich zum Beispiel eines schönen Tages ein ganz harmloser, einfältiger Armenhäusler. Ich hatte ihn oft gesehen, wenn er mit anderen zusammen einen lebenden Zaun bilden half. Er stand oder saß dann inmitten der Felder auf einem Scheffelmaß und gab Acht, dass er selbst und das Vieh sich nicht verliefen. Dieser Mensch sprach den Wunsch aus, so zu leben wie ich. Er erzählte mir mit der großmöglichen Einfachheit und Ehrlichkeit, die hoch über oder vielmehr unter allem standen, was man Demut nennt, dass sein Verstand minderwertig sei. Das waren seine eigenen Worte. Der liebe Gott habe ihn so gemacht, doch er glaube, dass der Herrgott für ihn gerade so gut Sorge wie für die anderen. Ich bin immer so gewesen, fuhr er fort, seit meiner Kindheit. Ich bin schwach im Kopfe. Ich glaube, das war Gottes Wille. Und da stand er nun vor mir, um die Wahrheit seiner Worte zu bestätigen. Es war für mich ein metaphysisches Rätsel. Selten traf ich einen Mitmenschen mit solch vielversprechenden Grundlagen an. Jedes seiner Worte war einfach, ehrlich und wahr. Und tatsächlich wurde er in dem Maße, in welchem er sich zu erniedrigen schien, erhöht. Ich war anfangs nicht ganz sicher, ob nicht etwa alles an ihm das Resultat einer klugen Politik war. Bald aber wusste ich, dass Wahrheit und Offenheit des schwachsinnigen armen Häuslers innerstes Wesen ausmachten und dass auf dieser Basis eine Unterhaltung mit ihm trefflicher gedeihen konnte als die Unterhaltung mit Philosophen. Ich hatte auch Gäste, die man gewöhnlich nicht unter die Armen der Stadt zählt, die aber dazugehörten wenigstens zu den Armen der Welt. Das sind Gäste, die nicht Hospitalität, sondern Hospital-Hospitalität beanspruchen, die dringende Hilfe wünschen und ihrer Bitte eine Einleitung vorausschicken, in welcher verkündet wird, dass sie auf keinen Fall sich selbst helfen wollen. Ich verlange von einem Gast, dass er nicht gerade am Verhungern ist. Meinetwegen mag er den besten Appetit haben und woher er sich den holte, das geht mich nichts an. Bettler sind keine Gäste. Sie ihren Besuch zu beenden hatten. Obgleich ich wieder an meine Arbeit ging und ihnen aus immer größerer Entfernung antwortete. Leute von allen Graden der Begabung suchten mich auf, um die Zeit, wo die Menschen mit Vorliebe Ausflüge aufs Land machten. Leute, die mehr Verstand hatten, als sie verwerten konnten. Davongelaufene Sklaven mit plumpen Manieren, die von Zeit zu Zeit wie der Fuchs in der Fabel horchten, ob die klaffende Meute auf ihrer Spur sei. Die flehentlich zu mir emporblickten, als ob sie sagen wollten, oh Christenmensch, willst du zurück uns senden? Ja, ein Sklave, der tatsächlich entlaufen war, kam zu mir und ich half ihm weiter, gegen den Nordosten hin. Dann wieder stellte sich ein Mensch ein mit einer einzigen Idee, wie eine Henne mit einem Küchlein, das mit einem Küchlein wahrscheinlich, Entschuldigung, ein Schreibfehler, mit einem Küchlein, das obendrein ein Entlein war. Andere, sprach ich, die hatten tausend Ideen und ungekämmte Haare, wie Hennen, die auf hundert Küken achtgeben müssen, welche alle einem Käfer nachlaufen. Mehr als ein Dutzend geht in jedem Morgentau verloren und die Hüter und Pfleger werden mit der Zeit widerhaarig und schäbig. Da kamen Leute mit Ideen statt mit Beinen, eine Art geistiger Tausendfüßler, in deren Gegenwart man sich fortwährend jucken müsste. Ein Mann schlug mir sogar vor, ein Buch auszulegen, in welches alle Besucher ihren Namen einschreiben sollten, wie in den weißen Bergen. Doch du liebe Zeit, mein Gedächtnis ist zu gut, als dass so etwas nötig wäre. Einige Eigentümlichkeiten meiner Besucher konnte ich unmöglich übersehen. Mädchen, Knaben und Frauen schienen sich über den Aufenthalt in den Wäldern zu freuen. Sie sahen in den Teich und nach den Blumen und genossen die Stunden. Geschäftsleute, selbst Farmer, interessierten sich zumeist für meine Einsamkeit, meine Beschäftigung und für die Entfernung, die mich von dem einen oder anderen Gegenstande trennte. Und wenn sie auch sagten, dass sie recht gern von Zeit zu Zeit einen Ausflug in den Wald machten, so kam ihnen diese Äußerung, das merkte ich nur allzu gut, nicht von Herzen. Rastlose, knechtschaffende Männer, die all ihre Zeit dazu verwendeten, Geld zu verdienen oder zusammenzuhalten. Geistliche, die über den Herrgott mitsprachen, als ob sie ein Monopol darauf besessen. Doktoren, Rechtsanwälte, verdrießliche Hausfrauen, die ihre Nasen in Schrank und Bett steckten, sobald ich nicht zu Hause war. Vorher konnte ich sonst Frau P. wissen, dass meine Betttücher nicht so rein waren wie ihre eigenen. Junge Leute, die nicht mehr jung waren und glaubten, es sei das sicherste, auf dem ausgetretenen Pfade der Berufsarten zu wandeln. All diese Menschen gaben mir meistenteils zu verstehen, dass es unmöglich sei, in meiner Lage viel Gutes zu tun. Ja, da liegt's. Ihnen schien das Leben voll Gefahren, doch wo ist Gefahr, wenn man nicht an sie denkt? Und darum hielten sie es für angezeigt, als verständige Menschen sorgfältig die sicherste Lage auszuwählen. Dort, wo Dr. B. im Notfall sofort zur Stelle war. Ihnen war die Stadt wirklich eine Communitas, eine Vereinigung zum Schutz und Trutz? Dass solche Leute nicht ohne Taschenapotheke zum Preiselbeerpflücken ausgingen, ist selbstverständlich. Kurzum, wenn ein Mensch lebendig ist, schwebt er immer in Todesgefahr. Obgleich man zugeben muss, dass die Gefahr umso geringer ist, je mehr er von vornherein scheintot ist. Der Mensch sitzt, hat so viele Gefahren, als er läuft. Schließlich besuchten mich auch Leute, die sich selbst den Titel Reformator beilegten. Das waren die widerlichsten von allen. Sie dachten, ich sänge ohne Unterlass. Dies ist das Haus, das ich baute. Dies ist der Mann, der da wohnt in dem Haus, das ich baute. Sie wussten jedoch nicht, dass die dritte Zeile lautete. Dies sind die Leute, die plagen den Mann, der da wohnt in dem Haus, das ich baute. Ich hatte keine Angst vor Tierschindern, denn ich hatte keine Tiere. Doch vor Menschenschindern hatte ich Angst. Meistens machten mir jedoch meine Besucher Freude. Kinder, die kamen, um Bären zu pflücken. Eisenbahnbeamte, die in sauberer Kleidung ihren Sonntag-Morgenspaziergang machten. Fischer und Jäger, Dichter und Philosophen. Kurz, alle ehrbaren Pilger, die tatsächlich die Stadt hinter sich ließen und um der Freiheit willen in die Wälder wanderten. Für alle hatte ich den Gruß bereit. Willkommen, Engländer. Willkommen, Engländer. Denn mit dieser Nation hatte ich schon im Verkehr gestanden. Bis zum Montag, wer live mithört. Wer nicht live mithört, kann die nächste Folge gleich aufrufen, aber ansonsten bis zum Montag. Dann lese ich weiter. Also zwei Tage, Samstag, Sonntag, auch Pause für mich in den Wäldern. Also machen Sie es gut. Der Text ist verlinkt auf literaturcafé.de. Ich freue mich über Kommentare hier. Abonnieren Sie den Kanal und ja, vielen Dank auch für all die, die gespendet haben für die Lesung. Vielen, vielen Dank dafür. Auf Wiedersehen hier im Wald. Tschüss.